1, 2, 3, wir sind live dabei! Ich auch? Ja, aber du musst dich gleich verpissen. Okay. Oh Gott, ich bin heute überhaupt gar nicht fit. Für die Scooshy Snow Live-Streaming Rookwoods Legacy. Und mein Sound geht schon wieder direkt im Arsch. Oh boy. Okay, viel Spaß beim Streamen. Ich gucke nicht zu, weil ich will nicht gespoilert werden. Tschüss. Tschüss. Nur noch wir, Mila. Nur noch wir. Nur noch du und nur noch ich. Nur noch du und nur noch ich. Ja. Okay, das hat auf jeden Fall mal mit dem Spiel zu tun. Ich habe die ganze Zeit keine Soundprobleme gehabt. Und jetzt mache ich dann an und direkt Soundprobleme. Ey, dein Mikrofon leckt auch dann immer ein bisschen. Ja, oui. Weiß nicht. Manchmal bist du dann ein Robot. Du bist ein Robot. Hallo. Hallo. Paul Neil. Hati. Mariska. Schattenbund. Zimstone. Corporal. Und Oma. Ich bin fick und fertig, Alter. Und Alina. Und Ausseerbauer. Hallo. Und Audi-Fahrer. Hallo. Und Fujitorax. Hallo. Und Miha ist auch dabei. Und Mila auch. Hallo. Und Freddy. Hallo. Und Audi-Fahrer. Nochmal. Hallo. Floric. Under-Red-TV. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Erstmal chillen. Was macht der Zahn? Tut nicht mehr weh, aber Dienstag. Zum Glück Zahn hat es Termin. Hallo, Safety. Erstmal chillen. Ich glaube, da gucken sich noch ein paar Leute auch das VOD an. Hallo, Big Sello. Was ist denn das hier? Ach so, Höhlenengang. Weil gestern Nacht ist noch vieles passiert und ich musste und ich habe mich zwingen lassen vom Chat. Hallo, eiskalt. Kaira, Grüße. Schuldi, hallo. Also zwingen würde ich es jetzt nicht. Komm, die haben gesagt, komm, jetzt zieh auch durch und mach weiter. Ich würde es jetzt zwingen. Ich wollte das eigentlich für heute aufbehalten. Ding ist schon. Ding würde ich es nicht nennen. Hallo, Ropo-Telden. Und hallo, Quantik. Hukulu, eine Kurzfrage. Welche Talente machen mit 17 am meisten Sinn auszuwählen? Mach einfach das, was du denkst und was du am besten findest. Das lohnt sich nicht, in diesem Spiel so reinzuschwitzen, dass man den besten Talentry hat. Ehrlich nicht. Du kriegst 35 Punkte und ich glaube 40 Talente gebet. Und bissel, vielen lieben Dank für den Resub. Am 26. Der mir nicht angezeigt wird. Keine Ahnung warum. Guter Kampf gegen Drache, ja. Wie lange habt ihr gestern gemacht? Ich glaube bis 4 Uhr oder so. Ich habe 10 Stunden Stream gestern gemacht. Ich habe auch eine Frage. Ich habe mich verklickt und dadurch nicht Imperium gelernt. Bekomme ich es nochmal? Du kannst in die Katakombe geben und vielleicht kannst du das da nochmal lernen. Deshalb liest man sich auch erst alles durch, Sufti. Mila hat sich auch verklickt, weil er war da gedauert. Nee, ich habe mich nicht verklickt. Ich wollte nur nett sein. Aber du bist nicht nett. Aber mit dem Charakter bin ich. Hallo, Geb, du Stinker. Oh Gott, ich merke so richtig, wie meine Energie nicht da ist. Aber zum Glück wird heute mega chillig. Mal wieder. Sechs Tage hintereinander. Sechs Tage durchgezogen. Sechs Tage, acht bis zehn Stunden Streams. Ich bin aktiver denn je. Wenn es nicht schlimm, spiele es nochmal durch. Ich glaube, das werden einige machen. Und das ohne GTA-RP, ja, Mann. Hallo, Carlo. Du könntest fast sagen, gehört es Fulltimer. Nee, keine drei Wochen Pause. Und nach Puttern, nee, 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 kein Urlaub. Morgen und Dienstag wegen Zahnarzt. Ich weiß halt nicht. Ich bin halt ehrlich. Ich weiß halt nicht, was wir jetzt weiter... Soll ich jetzt weiter Hogwarts spielen? Weil ich würde schon gerne diese ganzen Merlin-Aufgaben machen und so. Und die ganzen Sidequests. Aber was machen wir, wenn ich keine Sidequests mehr habe? Und quasi nur noch sammeln muss? Weil dann ist ja super langweilig eigentlich. Quantic, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 42. Ich habe ihn mir nicht angezeigt, Alter. Da muss ich ja drauf achten. Hallo, Vasco. Hallo, Random. Ich bin fertig mit der Hauptquist, ja. Ich bin fertig mit der Story quasi. Mit der Hauptstory. Könnt ihr euch irgendwie die angucken. Ihr habt einen riesengroßen, epischen Fight am Ende, Alter. Absolut, absolut der Wahnsinn. Die GTA-RP ist jetzt eh tot wegen Rasterlord. Was der ganze Sektor-Server beschäftigt. Das stimmt. Super, viele zocken gerade Hogwarts und Rasterlord hängt heute an. Du sagst immer langweilig. Ja, Oma, ich habe ein bisschen... Was ist denn hier los? Blubberbläschchen. Was ist das? Oh Gott, hier ist Loot im Wasser. Ich dachte schon, jetzt geheimes Level entdeckt oder so. Du sagst immer lang... Oma, ich habe ein bisschen Angst einfach so davor. Ich weiß ja auch nicht, warum. Weil ich gehe ja online, um euch zu unterhalten. Ich möchte ja mit euch lachen, mit euch nachdenken, euch zum Lachen bringen. Weinen. Weinen, verzweifeln. Ich möchte halt nicht, dass das irgendwie so... Ich mache an und dann mache ich irgendwas langweiliges so. Ich würde sagen, mach einfach wie immer Stream auf das, was du Bock hast. Die waren Zuschauer sind immer bei dir. Das stimmt. Fokus, Fokus, Pizza unser Fokus, Alter. Hallo Bucky. Hallo Moritz. Alpino, hallo. Lusen, hallo. Aber die Mini-Rätsel sind doch total toll. Ja, ja, klar. Das mache ich ja noch. Das mache ich ja noch. Warum Angst so lange und Spaß? Das passt doch. Ja, aber ich will ja trotzdem einen gewissen Unterhaltungsfaktor irgendwie reinbringen. Ich versuche immer, den Stream so zu kreieren, dass ich den selber auch gucken würde. Und nicht einschalten würde und mir denken würde, ach, ist langweilig, ich mache ausgucken, wo anders. Das ist meine Anforderung. Warst du gestern noch bei der Mission mit Penny? Ich weiß es nicht. Welche Mission ist denn das? Und was geht es da mit Penny? Hallo Hauli. Und Luli, hallo. Und Erzogus, hallo. Ich gehört, das Tuning ist langweilig. Mach ich aus den Chat-Tuning. Ja, aber voll spannend, als wir getunt haben. Bitte Besenflieg-Simulator. Nö, ich warte nur, bis genug Leute da sind. Dann können wir anfangen. Besenfliegen müssen wir. Ja, wir müssen noch das Turnier machen da. Das komische. Mr. Antoine, vielen lieben Dank für den We-Sub im 25. Monat. Ja, wir müssen uns auf den We-Sub. und da ist eine quiz ne oma da hast du mich falsch verstanden wir haben ja noch die ganzen zeitquests und die rätsel und so da machen wir ja auch noch das ist ja auch nicht langweilig ich habe ja gefragt wird wir danach machen wenn wir keine dings mehr haben ich sollte mich mit diantus kraut beschäftigen aber ich müsste trotzdem schwimmen solltest du vielleicht lernen hallo like crazy und britt britt hallo und züchten wir scheinen die mondkärbe und nennen sie gab und da ist hallo vinyat hallo und monster ist dankeschön für die wiese aber im 58 monat jeder rennt damit zu diesem raster lord ich sag mal dazu über nix verstehe ich nicht woher offizie hinaus was der lot gebieter schon länger warum sollen die denn nicht da spielen dürfen da dahin drin natürlich also wenn du auf cloud chasing aus bist du dich beviel ramponiert hat zylinder den habe ich aber auch noch nicht dank hat geklappt mit dem zauber siste hallo angriff show neute nur kurz da superbowl ist später stimmt heute superbowl Rastalot ist halt feinster dullik und ich weiß nicht mehr um was das da genau geht versuchen die da irgendwie rp zu machen in rust oder was hallo tido und hallo buffo der lord der küsse ich den umbenennen gibt denn der mir vorne eines damit ich eine aufklären bei wartet um rastalot geht hallo diak und dom bilbo hallo wird mein amazon prime baby auch größer wieder weiß ich nicht bei mir sind die noch nicht größer geworden jeder soll zocken was ihm gefällt wer sich daran schwer tut das zu akzeptieren soll bitte auch sein klar ach so ich dachte schon wenn er tell mittags gleich rastalot der pinsel hat mich angeschrieben und das hat sich ziemlich verzweifelt gelesen weil der da nicht eingeladen wurde und irgendwie der ganze gta server lehrt hat er gesagt ich habe noch nicht alle tiere mittel alter p dass du nicht bei rastalot dabei bist wunder mich aber ich kenne die leute gar nicht die data veranstalten warum soll ich denn auch dabei sein doch lucky ist dabei aber lucky ist nur das fand ich super wird hat er mir letztens erzählt im teamspeak mein gott der sound schon wieder alter lucky ist dabei aber der darf nun npc spielen da habe ich mich auch gefragt euro bruder geht ab alter ich nun npc spielen aber muss ja selber wissen rast ap leicht gescriptet die da bekommst du den scharf aufgegeben ja der darf der ist der spielt da ein npc der spielt da eine wache oder sowas welcher mensch geht denn dahin und spielen npc für andere damit wie content daraus machen können aber bei rast ap leicht gescriptet da bin ich schon raus er ist er voll leben jungen ich habe ich schon seit gestern zugucker dabei sein ist alles naja aber wie gesagt ich kenne die leute nicht die das da veranstalten aber wie gesagt ich kenne die leute nicht die das da veranstalten keine ahnung ob die wir drauf haben los geessen bisschen reichweite der anderen abgreifen wenn man besonders lustig oder so ist ja cloud chasing wie in gta rp gleiche dings wie stay geht ins pd und alle gehen ins pd hallo wolverine chuggis kennt man doch oder kenn ich nicht sagt mir gar nichts die klappe zugucke du bist nur im ärgern alter ich verpetze ich beim alten ich würde das nicht mal rp nennen wenn nieder skripten hat nix mit rollenspiel zu tun was habe ich da gerade gesagt aber es ist kein rp wie man das geht ja zum beispiel kennt ist ja sowieso eine dnd kampagne dann für mich hört sich dazu an als würden die top streamer da irgendwie sich eine geschichte ausdenken und alle anderen dürfen nur dabei daran teilnehmen wir müssen irgendwelche rollen spielen aber ist doch egal wie gesagt ich kenne die leute nicht keine ahnung habt ihr mir doch noch nie angeguckt weiß nicht wieder das will da auch nichts böses zu sagen naja wirst du wieder gecancelt meinte das auf mpc spiel bezogen findest ja traurig naja auch wenn ich weiß jeder definiert sein eigentlich spiel aber trotzdem nenne ich das nicht richtig ich auch nicht was geht ab und dann machen wir alles fit ja aber batterie ist ein bisschen leer dass wir die letzten tage habe ich echt 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 viel gespielt hat hallo kieler durch bei dir ist alles gut gut sein sein und dann lagert vielen dank für den risa macht und chef von twitch dankeschön für die heute gekauft ist mega schön nur wegen bier gut viel spaß viel spaß aber dann lasst dich hier nicht spoilern man deshalb halt angst du zu viel zockst und die lust am game verlierst nein mann aber voll nett von dir dass du dich um mich sorgst los frosch du musst essen gehen ja we seit 28 monaten ich habe viereinhalb monate jeden tag 16 stunden am tag im ww classic gespielt um einen pvp zu ranken klappt musste man ich glaube ich habe eine sehr 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 hohe toleranz links ist ich kein bock mehr auf das spiel das dauert ein bisschen bis ich echt kein bock mehr habt ihr könnt euch ja vorstellen wie sehr mir geht her auf dem sack gegangen ist und kommt outlast wird es outlast so oh man oh man aber ich hab ich bin heute echt platz horror game nehmen nur mit mila dann bin doch immer da denn nur mit die horror games meine ich hallo swiss hallo wuza mögen die leute sich melden die ich noch nicht begrüßt habe und eventuell überlesen habe oder die noch nicht geschrieben haben ja die mein freund ich bin doch da beruhig dich hallo dick professor weasley sagte du hättest eine idee in der tat die quals dass sie sich für alle möglichen tierwesen interessieren und habe kürzlich gerüchte über ein phoenix nest auf einem berg in der nähe gehört ein phoenix nest ich frage mich ob es dem phoenix gehört den nati erwähnt hat unter dem sollen hallo und die wilderer her sein das würde dieg nicht wundern wenn dieg davon gehört hat haben es die fiesen wilderer sicher auch was heißt dass er in gefahr sein könnte ich sollte dem phoenix retten dann sollte ich ihn lieber retten gehen was ein so majestätisches tier darf nicht in so niederträchtige hände fallen dieg hat irgendwie das gefühl dass die rettung des phoenix helfen könnte wieder gut zu machen was mit deeks altem meister geschehen ist dieg hofft dass sie den phoenix finden und ihn in den raum bringen können wo er sicher ist hallo westend ich soll den phoenix retten und ich muss noch zu weasley die hat bock auf mich aber da geht einfach kulder war es fällt mir gerade ein wenn du kennst aber bruder ich hab gar keinen bock auf sowas ich zog lieber auf meinen kumpel sein server dieser ort hat schon bessere tage gesehen hey wo sind wir denn hier 1 ich weiß was das bedeutet eine prüfung merlitz 2 2 3 4 5 5 5 6 10 der dritte hallo quam tv aktivierst du heute wieder snapchat die letzten jahre haben wir über den superbau geschrieben du hast mir deine königlichen haarige füße geschickt was nein ich hab schon lange kein snapchat mehr die wettert auch nicht mehr aktivieren empfehlen wir uns hier zu sein empfehlen wir uns hier zu sein empfehlen wir uns hier zu sein wow wow hat man nun mal das kendo hat man nochmal das kendo So Warte, dude, Chris Warte, ich hab keine Heiltränke mehr, fuck Aber wo ist der dritte Wo ist der dritte Topf? Eins Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin Rebellion Die haben aber auch nicht angezeigt, ne? Das macht mich schon wieder sauer Oh, Mondkalb Aber hab ich genug Ich weiß nicht, ob heute Superbowl geguckt wird Ich glaub nicht, die müssen ja morgen alle arbeiten Zweifellos schon lange verlassen Ich mach das bestimmt nicht für immer Eines Tages werde ich meine Einwärme versichern Mit Leuten, die dann für mich arbeiten Ich find den anderen nicht Ich bin schon wieder blind Oder sind das vielleicht nur zwei Aber das wär ja dann super easy Oder ist die hier oben Hm, beste Mama Rebellion Ach, da drinnen, okay Ach, da drinnen, okay Was passiert hier? Ins Händen. Zack hier. Oh Gott. Was musste ich denn nochmal? Ich bin so verwirrt heute. Das ist unglaublich. Habe ich den Feuerzauber nicht drin? Guck mal, ob ich den denn nicht drin habe. Da wäre selbst Merlin stolz. Und mich lacht so aus, mich lacht so aus. Und Dorfkind Patrick, vielen lieben Dank für die Wieser im 10. 10 Monate, wie die Zeit vergeht und tagsam. Hallo mein Freund. Dankeschön. Guten Abend, sein. Reveglio. Ich gehe jetzt den Phönix retten. Hallo, Swipsy. Überraschend viele Nüffler da unten. Allerdings habe ich auch einen. Ich sage ja immer, reisen wir weiter in den Horizont. Phönix-Berghöhle. Eine Blockade. Rookwoods sind schon hier. Reveglio. Hallo, Hunter. Hallo, Rage for Life. Ich bin der stärkste Zauberer. Reveglio. Können Sie sich in den Stein verwandeln? Nein, noch weiter. Du hast... Imperium. Kutio. Zu dem ist es. Hast du sein Lösegeld gekostet? Ich will. Diese Merlin. Kutio ist nie gekommen. Wir sind noch mehr. Wir hatten doch... Apartheid. Rookwoods sind schon hier. Rookwoods sind schon hier. Rookwoods sind schon hier. Jetzt sind sowieso nicht oberl. Vergesst. Descendi. Espeljärm. Bombardar. Kristen. O Gott. Rookwoods sind schon hier. Wenn die Berufen uns verbunden. Descendi. Espeljärm. Bombardar. Du kommst. Lebiondo. Descendi. Lanzah. ich bin dran gewöhnt mit dem umsetzen sind jetzt sicher halk vielen dank für den prime sub im 27 monat es kostet prime es kosten mehr frei warte habe ich ja war da klar war nicht getroffen in zählen Reveilion. Hallo, Sergeant Ovi. Die Pompada! Reveilion! Wir halten Leute davon ab. Hast du nicht zugehört? Kuzio! Wir halten Menschen mit auf. Wir halten Leute davon ab. Kuzio! Wir halten Leute davon ab. Wir halten Leute davon ab. Wir halten Leute davon ab. Acheon, Incendium, Begründung, Inflation, Acheon, Incendium, Imperium. Deswegen ein Animalgesuch kann seine Menschen gut beschneiden. Ist das seine Gestalt? Acheon, Incendium! Aber der ist doch Animagus. Glaub nicht, dass ich dich nicht von ihr umfahre. Daneben so. Hallo, Joshua. Bist du mit der Hauptsache schon durch? Ja, bin ich durch. Gestern Nacht. Gestern Nacht hatten wir die letzte Mission davon. Oh, der Phönix. Kuckuck! Lava, du hast. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderrand finden. Das kann sein, du Zufall. Ähm... Leiter. Ja, wie? Wofür brauchst du überhaupt einen Hippogrei? Danke, jetzt rutscht ich mit ihm mal. Bye, have a beautiful time. Ein Filterer weniger in unserer Welt. Oh Gott, Alter. Das habe ich nicht wirklich gemacht, ey. Weißt du, was ich gemacht habe, Mila? Was denn? Ich habe einen Fass verwandelt. Bin mit Vengardium Liviosa hochgehoben und einfach die Klippe runtergeworfen. Da ist er wieder. Oh. Blind. Warte mal, ich wollte hier eigentlich nur langweilig. Ich dachte, hier sind Schätze. Reveilion. Warum war mir das klar? Irgendwie will ich an einem gewissen Punkt nicht weiterspielen, wenn ich mit dem Spiel durch bin, steht was in mir. Quatsch. Ich muss einfach ein neues Haus machen dann. Ey. Bruder, mich kannst du halt so in die Tonne treten, Alter. Das war einfach zu viel die letzten Tage. Ich kriege ja gar nichts mehr gebacken. Incentrum! Bliverin bin ich. Slitzerin. Reveilion. Das war nicht. Kürzü Arresten, Momentum Bombardant Réveilion Das war's für heute. ja die unterscheidet sich je nachdem was du auch wählst ne chef hallo klein tanni das geschehen jetzt wo ich das game auch haben auch haben will ich den ganzen tag duellieren das macht so fun zauber zu wirken ja das stimmt oh gott die op ist denn das ich hab die alle gewonnen hättet games und laut ich kann ein bisschen leiser machen kann sein ich habe vorhin einmal kurz ganz leise gemacht oh mila ich habe einen großen natürlichen baum gefunden ich hab ein bisschen leiser gemacht ist ja kein problem rebelio 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 hallo ich will dir helfen ich bringe dich in sicherheit ja phoenix ich will dir helfen okay das war einfach bringen wir dich zum raum zurück jetzt ist ja nicht mal gewert er hat sich ja nicht mehr gewertet phoenix sieht interessant aus Ah, grüß dich. Ich bin Level 31. Das war schon eine ganz große Spinne, ne? Max Level ist 40. Ne, das müsste das hier sein. Gebrüßung. In Zentrum. Lumos. Rebellion. Ach, nö, nicht Schach, Alter. Ich kann keinen Schach. Muss ich Schach spielen? Ich kann noch keinen Schach. Ich bliebe auf den ersten Platz. Wie bei uns. Dann hast du deine Zunge zwischen meinen Zahnlücke gemacht. Ja. Oh Gott, ich kann keinen Schach. Muss man hier machen? Bombarder. Akio. Lumos. So, dann muss man die Dinger wieder... Das ist echt... Ja, hat der. Ich tue den jetzt hier hin. Dann habe ich gewonnen, glaube ich. Irgendwas ist passiert, oder? Rebellion. Boah, ich check das nicht. Mann. Hast du das Rezisch schon gemacht hier? Nee. Ich höre irgendwas. Irgendwas passiert. Oder nicht. Ich gehe nach Hause. Nö. Das ist mir zu anstrengend. Ich bin zu dumm für sowas. Das mache ich später. Was ist das? Was ist das? Rebellion. Arresto, Moment. Nein, ich möchte keinen Tipp haben. Wenn ich zu blöd bin, bin ich zu blöd. Vielleicht sollte ich mich mal bei Faltcroft nach Beute umschauen. Ich muss den Phönix kurz freilassen. Du bist nicht blöd. Doch, ich habe nicht verstanden. Du bist im Herzensschlauch. Halt die Klappe. Wo hat der meine Cannabis-Farm hingemacht, der Deke? Schon wieder alles, mein ganzes Weezer-Weed-Wreck gepackt. Hallo, komplett los. Er ist hier bei mir. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten. Boah. Darf ich den in der Haupthalle draußen lassen? Blüte. Oh. Ein Phönix. So eine Feder. Die schenke ich dir, Deke. Kannst du in deinen drei Haare tun. Welch Schönheit. Nein, Garlik gab es gestern nicht. Behalten Sie sie. Nein, Deke, das ist deine. Nein. Nein. Warum kann ich den dem Deke nicht schenken? Bin ich egoistisch, Alter. Ich habe ja bei meinem besten Freund verraten. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Deke ist jetzt mein neuer bestester Freund. Gott, jetzt geht es ja auch nur nach oben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Boah. 32. Vogel. Hier. Voll cool. Komm, ich bau dir ne Futterstelle. Wo ist der Baum, den ich bekommen hab? Hier. Boah. Du kriegst deinen eigenen Baum. Wie sollen wir den nennen, Chat? Ich brauche einen Namen für den Phönix. Wie ist nochmal der Dings? Lavados, ne? Ja, ja. Was ist das denn für ein... Oma? Vogel. Mila? Aber das ist ein Männchen. Kannst du mit dem fliegen? Ich weiß es nicht. Klipper. Sander. Piku. Vogel. Duell. Tidu. Ali. McLovin. Didi. Fox. Chorty. Toruk. Sebastian. Ne, Sebastian ist nicht mehr mein Freund. Butchi. Günther. Luffy. Nie. Dicke nie. Sir Smokalot. Dieter. Dieter. Manfred heißt schon unser Nüffler. Cedric Pascal, Da Vinci, Lensch. Wir haben schon Manfred. Flammkuchen, Fallout, 5M. Ares. Roter Baron. Heinrich. Fox. Swiss. Tops. Smoker. Wie wäre es denn mit Duftkerze? So viele gute Namen bekommst du auf Duftkerze. Wie? Ogi. Okay, wir können den OG nennen. Geht das? Oh, der heißt OG. Ich muss die Vögel rüberholen. Die fühlen sich hier... Ach, das mache ich aber später. Ich tue hier alle Vögel rein. Beim OG. Zippo, Alter. Zippo wäre auch cool gewesen. Oder Pyro. Erfurstisches Kugel. Das sage ich dir nicht. Ich hätte es doch gestern gefragt, ob du die Missionen im Hikes wie ein Penis schon hast. Aber heute gesehen, die ist nur exklusiv Playstation mit Deluxe Edition. Echt schade, aber eine der besten Missionen fand ich. Und was ging es denn da, wenn es Spoiler wird? Stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ach so. Viel Tränke. Ich muss mal einen neuen Topfdings kaufen. Ehrlich. Ich glaube, ich gehe gleich... Ich gehe mal eben ganz kurz auf Toilette-Chat. Und dann gehen wir mal ein bisschen shoppen eben. Bis gleich. Und dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. Und dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. und dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, Hogsmeade. Wo kann man das denn nochmal kaufen? Ich glaube, hier, ne? Hallo, Streiter. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja? Nicht so schnell hier. Ihr seid erwachsen. Mila? Ja? Schon wieder konzentriert? Was willst du kaufen? Ich will diese... Diese Kisten kaufen mit den Töpfen und so, die besseren. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Hm. Schaltet die Fähigkeit frei, eine tiefförmige Tränkestation zu beschwören. Perfekt geeignet, um alle deine Braubillen zu erfüllen. Aber wie viele sind denn da dran, ne? Nachkaufen. 30.000. Schaltet die Fähigkeit frei, eine mittelgroße Tränkestation zu beschwören. Perfekt geeignet. Was ist denn eine mittelgroße? Na, die brauch ich ja dann nicht kaufen. Ein Tisch mit drei kleinen Töpfen zu beschwören. Kaufen. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Pflanztisch mit drei mittelgroßen Töpfen zu beschwören. Was viele nützliche Zauberpflanze züchten. Zwei mittelgroße. Ein mittelgroßer. Mit zwei großen Töpfen. Materialverfeiner. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Materialverfeiner zu beschwören. Benutzt ihn zu herstellen von Mondstein. Das ist auch gut. Einen hüpfenden Topf zu beschwören. Dieser magische kleine Topf war wegen mir in den zufälligen Trank. Das klingt jetzt nicht so cool. Und Poster ist auch egal. Ich halte die Fähigkeit frei, einen Schnellschutz zu beschwören. Achtung, diese Stützung produzieren. Ich halte ein pflanzliches Nebenprodukt. Nichts ist schöner als genau das Richtige zu finden. Hallo, Bumpali. Das ist ja cool hier, meine Station. Aber. War eigentlich nix, aber. Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Hm? Ich habe nicht vergessen, dann wieder umzuändern hier alles. Oder haben wir das jetzt alles? Aber wo kommt der Raum auf einmal her? Hallo, Pyro. Ich habe nur das hier in dem Hauptraum gebaut. Hier habe ich noch genix gemacht und hier habe ich auch super viel Platz. Eigentlich könnten wir das doch hier alles hinbauen, ne? Also dieser Pflanzenraum und so. Ja, oui. Der gehört zum Boden. Kurz die Dings anmachen. So eine Schlimpe, aber es gibt ja die VODs, ne? Wenn du dir das unbedingt angucken möchtest. Die sind halt immer nur sehr lang. Und der Sound ist schon wieder kaputt. Juhu. Und jetzt ist er wieder da. Aber eigentlich will ich jetzt hier gar nicht so großartig dekorieren. Ich will die Sidequests machen. Aber wir gucken mal eben. Was habe ich denn hier gekauft? Zwei von sieben beschworen, okay. Ah, da sind drei Töpfe dann, okay. 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 Was habe ich noch gekauft? Fünf kleine Töpfe. Nee, aber frag mal. Ich habe doch... Ich würde doch schon sagen. Mit zwei Pflanzen, jeweils einen großen Topf rochen. Keine Ahnung, was da ist. Das ist einfach hier stehen. Und das ist für zwei große. Einrichtungsform ist... Nur ganz kurz. Wir sind gut. Okay, das ist gut. Das macht Bock. Kann ich sechs Stück... Ich kann sogar mehr machen, wenn ich vorne die weg mache. Aber ich habe doch noch was gekauft. Wo ist denn hier? Wollte ich doch schon sagen. Ach, der macht alle zehn Minuten diese Mondsteine. Kann man davon zwei machen? Und du kannst sogar drei davon machen. Aber irgendwie ist das doch doof, weil du die dann gar nicht mehr in der Welt aufheben musst. Ich kann nicht die Englisch. Ja, kann ich. Das ist ja cool. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, haben wir die auf voll? Okay, okay, okay. So, wir können weitermachen. Ich dekoriere sowieso alles. Das war's für heute. Das ist der Ominus von mir. Vielleicht ist der jetzt mein bestester Freund. Das ist der Ominus von mir. Ab in den Krypto. Guck mal, der will. Hallo, Pyro. Danke fürs Kommen. Immer, immer. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Sebastian? Er wurde der Schule verwiesen und steht bald im Ministerium vor Gericht. Obwohl Annie ihn ausliefern wollte, ist sie jetzt hin und her gerissen. Ich kann verstehen, wie sie sich fühlt. So sehr wir uns alle wünschten, dass Sebastian für seine Taten bezahlt. Der kommt halt wirklich nach Azkaban, ne? Ohne ihn ist es einfach nicht dasselbe. Es fühlt sich falsch an, ohne Sebastian hier in der Krypta zu stehen. Er verdient seine Strafe. Sebastian hatte sich selbst zuzuschreiben. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten. Das haben wir. Ich wünschte nur, es wäre anders gelaufen. Konntest du Sebastian erzählen, dass Rookwood Anne verflucht hat? Scheißmörder. Black hat mir erlaubt, kurz mit ihm zu sprechen. Zuerst wollte er es nicht glauben. Wie viel hast du umgebracht? 200 oder so? Auf Kobolde und schwarzen Magier. Anne war auch schockiert. Ungefähr so 200. Aber natürlich war sie erleichtert, die Wahrheit zu erfahren. Okay. Plus Tiere. Das brachte ihr etwas Frieden. Das ist schön zu hören. Sie verdient ihre Frieden. Ah, dieser scheiß Mörder. Naja, aber ich hab mich nicht erwischen lassen. Ich hab nur die unverzeihlichen Flüche vor irgendwelchen Lehrern benutzt. Ich kann ja Hogwarts und alles. Nicht ohne ihn vorstellen. Ich weiß, dass ihr beide euch nahestellt. Das ist richtig traurig wegen Sebastian. Nicht nur, was die Suche nach einem Heilmittel für Anne angeht. Er hat nie Einzelheiten genannt. Aber ich weiß, es war wichtig. Er bedeutete... Er bedeutete uns beiden viel. Ich hoffe, ich kann ihm... ...das eines Tages selbst sagen. Wir hatten zwar einen etwas holprigen Start, aber du hast dich bewährt. Als Freund. Ich bin froh, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Ich glaub, das war die letzte Quest, die um Sebastian handelt. Ich hab's versucht, Oma, aber es funktioniert leider nicht. Ich wollt' den töten. Das ist denn das? Glücks-Webra-Chan-Esemblem. Okay. Und Sound... Ja, wieder da. Eulenpast, was haben wir denn... Warum werden die mir nie angezeigt? Hier. Du bist das Gesprächsthema in der Schule. Seit du Mr. Rape und mich vor der Arschwanderin gerettet hast. Wir sollten besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen. Nur um Halo aufzuhalten. Ja, okay. Oh. Ich wollt' schon sagen, das ist ein Brief von Sebastian aus dem Knast. Ich hab' eine Neuigkeit über Sebastian. Treff mich so schnell wie möglich in der Krypte. Da war er ja gerade. Ist ein R. Achso, Otto Dibbel. Die Arschwanderin belästigen mich nicht mehr. Ich vermute, das ist ihr Werk. Vielen Dank von mir und Rosi. Hey, wir brechen gerade zu unseren Flitterwochen auf. Nachdem wir Mr. Hill von unserer Heirat gezählt haben, wünschen sie mir Glück. Otto Dibbel. Hey, viel Glück, Bruder. Mare die Jut. Hat sich's ausgedibbelt, Junge. So. Nö, wir gehen jetzt zu Professor Weasley. Ah, die will mich bestimmt wieder knutschen. Ja, ist doch so. Warte mal, ich hab' den Westturm noch gar nicht. Die hat ihre Hand auf mein Knie gelegt, als ich in Hogwarts angekommen bin. Hört mir komisch zugezwinkert. Kawa, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im zehnten Monat. Und Hukulu. Hat ein neuer Outfit. Sollen wir ein neues machen, okay? Was haben wir denn hier? Gott. Wart mal. Boah. Aber Farbe ist hässlich, ja. Berlin-Umhang. Totesser. Oh, der ist... Ja. Ist halt alles nicht so schön, Oma. Quidditch. Geht eher so, ne? Guck mal hier, Teppich. Gott. Louis Vuitton. Ist halt alles nicht so schön. Ja, die Kapuzen sind schon cool, aber dann kann ich keinen Hut mehr tragen. Könnten so mal rumlaufen. Aber das ist so komplett 0815. Okay. Das sieht cool aus. Okay, lauf mal so rum. Okay. Du hast ja den Hut her, den hab ich in der Kiste gelotet. Scheiße. Wie viel folgt derzeit nix? Ich muss Professor Weesey in ihrem Büro im Unterrichtsraum für Verwandlungen besuchen. Ich rufe die mich auch noch in die Büro. Die will mich. Ja, wo Deutschland, Jordans? Oh, das haben wir noch nicht gesehen. Doch haben wir. Los, stech ihn ab. Stech ihn ab. Ja. Der ist sliced. Wie, der ist tot. Am Finger. Bombard. Da oben ist ne Quiste. Die nehm ich schnell an. Was ist denn das hier? Ach so. Pele P. Das will die Blume schon wieder. Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte gar nichts ist in Ordnung. Wir haben uns doch schon kennengelernt. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Und jetzt soll ich deine Bücher suchen, Noah. Weißt du eigentlich, mit wem du hier sprichst? Ist genial. Ist eigentlich ziemlich genial. Danke, aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen. Ja, komm, 500 Galleonen, mach ich das. Weil es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Skripner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur fünf Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht missvoll sein. Ich bin neu? Ich bin neu? Da könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Da werde ich sowas von durchlesen, dein Tagebuch. Frau Blume. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Ja, komm. Wo ist die Bibi? Hier ist die Bibi. Da werde ich so reingucken in die Bücher. Ich bin neu. Ich bin neu. Das ist doch unerhört. Achio. Hey, Ferdinand, Octavius, Cress zum Namen. Rebellion. Achio. Das ist Cressidas Tagebuch. Ja, wir können es lesen. Heute war ein guter Tag. Zumindest bis Geralt das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meinen perfekt gedünsteten Floorfliegen verteilte. Ich musste meinen Kessel leeren und von vorn beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein. Tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Scharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weezy's Neffe wäre. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpastete immer noch lieber. Scheiße, ich dachte, da gibt es mehr. Rebellion. Ich dachte, wir decken da dreckige Geheimnisse auf. Nein, den können wir gleich mitnehmen. Where's the book? Who's the other book? Rebellion. Behind me. Achio. Das ist das Letzte. Ich sollte sie zur Cressida bringen. Tschübi-dubi-dubi-dubi-dubububub. Die Frage ist aber jetzt... Rebellion. Lumos. Wo kommt der hin? Das ist doch unerhört. Niemand hält Ferdinand Octavius Pratt zum Narren. Da ist ein Spiegel. Du bist in einem Scheiß-Bild drin, Mann. Oh Gott, wo war der Spiegel? Okay, Zaun wieder weg. Ich rede mit dem Leiter dieser sogenannten Schule. Oh ja, du kriegst dein Ohnegleichen so oder so zum Gewusstsein. Ich will keinen Pferd und keinen Besuch. Erpressen wir sie. Ja. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Hallo, Brot. Vielleicht deine Belohnung, um das wahre Buch geheim zu halten. Wenn deine Mitschüler nicht erfahren sollen, was du wirklich denkst, solltest du dir eine Belohnung überlegen. Ha, das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Mag sein. Nun, du bist auch nicht die, für die ich dich gehalten habe. Deinem Tagebuch nach bist du furchtbar voreingenommen. Gut. Ich bezahle dich. Aber du hast ja keine Ahnung, was ich als nächstes über dich schreibe. Ich bin einfach zu gutgläubig. Wo ist die Kohle? Ja, will ich ja hoffen. 300 Goldtaler. Pass ja auf, Mädchen. Ich mache jetzt Erpresser-Pommes in Hogwarts-Mila. Ich bekomme keinen Eintrag. Ich wurde noch nie erwischt. Hallo, Tarus. Für Fortnite. Revelyon. Wer hätte gedacht, jemand in meinem Alltag... Hast du denn hier? Hallo, Adelaide. Wie geht es dir und deinem Onkel? Dank dir geht es uns gut. Je mehr ich über Renrocks üble Bande höre, desto erstaunter bin ich, dass mein Onkel überlebt hat. Er ist tot. Ich habe seine alten Briefe durchgesehen und darin wichtige Details zu Vorkommen seltener Metalle bemerkt. Ich glaube, Renrocks Schurken hatten es auf diese Vorkommen abgesehen und brauchten dafür das Wissen meines Onkels. Er wäre freiwillig in dieser Zelle verrottet, nur um mich zu beschützen. Hast du noch mehr Details aus den Briefen? Oh, ja. Onkel Roland war nicht sicher, aber er glaubte, die Kobolde hätten darüber gesprochen, etwas in Koboldsilber einzugießen. Er war nicht sicher, was sie meinten, aber die Art, wie sie darüber sprachen, war ihm nicht geheuer. Pfff, du hast meinen Onkel eindeutig vor großem Unheil bewahrt. Ja. Müsste ich dir eigentlich auch ein bisschen Geld für abknüpfen. Ich bin froh, dass dein Onkel in Sicherheit ist. Ich auch. Es war eine Erleichterung, ihn wiederzusehen. Ich habe ihm gesagt, er müsse jetzt vorsichtiger sein. Und ich bin jetzt auch jedes Mal viel wachsamer, wenn ich das Schulgelände verlasse. Besser ist es. Schmink hier. Onkel Roland hat es grüßt. Reveille. Erstmal alles klauen. Sehr geehrte Frau Professor Weasley, vielen Dank für Ihre Eude. Es freut mich sehr zu hören, dass unter den neuen Sippklässern eine Reihe von Schülern ist, die sich für eine Karriere im Ministerium interessieren und auch dafür geeignet sein könnten. Natürlich werden Ihre Zacks Letzteres bestätigen, aber ebenso wertvoll für unsere Einstellungsprozesse Ihre Meinung. Aufgrund Ihrer Erfahrung ist mit uns, mit uns verfügen Sie über eine einzigartige Perspektive. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich freue mich auf weitere Einzelheiten im weiteren Verlauf des Schuljahres. Mit freundlichen Grüßen, Paris Borwin, Zauberminister London. Ich werde bestimmt nicht da arbeiten. Ich werde Leute töten. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings. Wir haben nicht mehr gesprochen, seit... Ich weiß, dass Sie Professor Figgs sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Dass Sie es sogar geschafft haben, Professor Blacks Hauselfen zu helfen. Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Onai eine so gute Freundin haben. Ich glaube, Ihre Mutter sieht das auch so. Auch wenn ich es nicht gut heiße, dass Sie die Dinge selbst in die Hand nehmen, wenn es um Männer wie Rockwood und Harlow geht, mutig sind Sie jedenfalls. Vielen Dank, Professor. Ich... Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Oh, oh. Jetzt seht ihr die ganze Schwänze, die ich da reingekritzelt hab, in meinem Handbuch. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Ich sehe hier Fortschritte, aber ein großer Teil des Handbuchs muss noch vervollständigt werden. Zum Glück haben Sie noch Zeit, um sich auf die ZAGs vorzubereiten. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor. Für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Vielleicht bei einem Kaffee mit Ihnen, Frau Weasley. Schicken Sie mir einfach nur, oh, was ist denn mit der los, Junge? Wie weißt du, die kommt ja gar nicht klar auf ihr Leben. Die ist ja komplett irre, Alter. Bombarder! Ich helfe Ihnen. Warte, flirtest du gerade mit der? Nein, ich musste helfen. Mhm. Die ist Starkmann. Ich musste helfen. Und was wird denn mit dem Kaffee? Sie ist Starkmann. Ich musste helfen. Help me, Theodore. I'm stuck. Ohne Sie wäre Hogwarts wohl verloren gewesen. Vengarium Libiosa. Ich kann ihr nicht helfen. Und ich flirte überhaupt gar nicht mit der. Wenn nicht auf Oma. Oh, gut. Ich sollte an der Jahresabschluss war in der großen Halle teilnehmen. Aber dafür muss ich Level 34 sein. Oh Gott. Wenn mir ist immer Sebastian Ehre der Ritz. Doch, du. Halt die Klappe, Oma. Das stimmt nicht. Ich flirte nicht mit der. Oh, doch. Nein. Die flirtet mit mir. Die war gerade stuck und deshalb wollte ich dir helfen. Die ist alt und braucht Hilfe. Hallo Venni. Da war der Kada. Da war auf den Schmutz. Was? 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 Ja. Du machst guinix. Und ob, mein Freund. Und ob. Ich wollte noch mit dir sprechen. Aber gezielt. Ich wollte noch mit dir sprechen. Ich glaube, dass wir den Erschwenderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächsthema Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Boah, jetzt flirtet die Auno mit mir. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Muss schon schlimm sein, du zu sein, hä? Aber was spricht sich schnell rum? Ey, die wollen mich alle. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Genauso stolz auf dich sein. Wenn sie mehr darüber wüsste, was du getan hast, wäre sie bestimmt stolz. Oh, wenn sie wüsste, was ich alles getan habe, würde sie mich nie mehr aus den Augen lassen. Tut mir leid. Laum, Mila, fui. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein, Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabele-Land gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn. Und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kamen aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Oh nein. Und es war meine Schuld. Deine Schuld? Wie meinst du das? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Bist du auf Rache aus? Ich helfe dir. Willst du die Erschwenderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein. Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert. Ich bin froh, dass du das ausschließt. Hallo, Grumpel. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater war bestimmt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle ein Blas. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwenderinnen ein Ende. Rookwood ist schon weg. Jetzt ist Harlow dran. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommst. Warum ist hier eine Kiste auf der Map? Was heißt das, Milo? Ich hätte doch gerne als Katze mitgemacht. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass es da super viele gibt, die so NPC spielen. Hier ist eine Kiste, aber warum? Was heißt das? Don't understand this. Pompada! Keine Sau kümmert das hier. So. Ja, da ist wahrscheinlich ein Dings, dass die Kiste unter dem Dings ist. Weil da so ein Pfeil war, glaube ich. Der verbotene Wald. Reveilion. Ich erkenne. Evelion. Arresto Momentum. Dizendium. Expelliarm. Was haben wir denn hier? Okay. Reveilion. Reveilion. Eins, zwei. Da hinten. Ah, ich glaube so 63% oder so habe ich. 64. Nitro Crafter, vielen Dank für den Wieser im elften Monat. Unge. 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 Ja, hier gehen wir sofort hin. Oh, das hat eine Lange. Lass sie uns. Ja, der Tollpatsch. Expelliarm. Was? Was macht Lassi uns? Du bist die Plage, die flutzieht. Du bist die Plage, die flutzieht. Hm. Das sieht mir wieder nach Schmetterling aus. Das sind doch wieder die Schmetterlinge. Die Flutzen. Die Flutzen. Das ist ein blitziger. Das ist ein blitziger. Das ist ein blitziger. Das ist ein blitziger. Geflügel! Emferio! Edokio! Reveilio! Curzio! Edokio! Errobada! Sauber! Somebody! Lazio! Excelling out! Reveilion! Lumos! Jetzt sag nicht, ich hab den Troll dafür gebraucht. Geht so, Kuva? Reveilion! Nie! Hä, wo sind die denn? Schmelderlinge! Oh, hier sind Greife. Hm. Reveilion! Incentive! Lugos! Ja, solltest du auf Kuva... Reveilion! Aber wo? Oder sind die denn da wirklich drinnen? Aber die leuchten nicht blau. Oh Gott, Schatz, sind die da drinnen? Weiß da deiner? Hört die Klappe, Kuba. Das sind die auch nicht. Oh Gott. Reveilion. Oh Gott. Ich habe die schon gesehen, die ich brauche. Aber die werden halt nicht angezeigt, anscheinend. Oder? Ja, bei mir ist so eine Merlins Quest verpackt. Echt? Ja, der Ball kommt nicht. Also ich habe jetzt extra nochmal in einem YouTube-Video geschaut, wo der Ball ist, wenn man das aktiviert. Und das ist einfach nur rechts daneben, aber hier ist kein Ball. Das kann sein, dass ich vorbeigeflogen bin. Und Balli ist weg von Mila. Wie soll ich das denn jetzt fertig machen? Ich bin blind. Ja. Hm. Vielleicht hier drinne. Ja. Das war so klar, Alter. Ehrlich, das war so klar. Oh Gott, das muss herrlich sein, mich verzweifeln zu sehen. Vielleicht reloaden, Mila. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist das Brille, Junge. Das hast du gar nicht gesehen, Alter. Du hast die Mauer gesehen hier, aber nicht die Dinger da drunter. Ich werde mir mal den 10, der 5M-Player. Ah doch, ich habe reloaded. Jetzt ist der da. Ist der. Ja, das passt nicht. Der Wii. Der Drache. Ja, ja. Geh wieder 5M-Spielen. Und denk, du bist Gumbus-Spieler, Junge. Mit deinem Xbox-Controller. Ja. Ich schaffe das, ich kriege das hin. Er will sicher helfen. Ich werde helfen. Ja, wir haben mitten in der Nacht. Werden wir hier die Zentaurin treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen, als vielmehr eine Überraschung, oder? Das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich freuen, überrascht zu werden. Wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich schätze, sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ja, egal. Was ist denn? Was ist denn? Es ist nichts. Ich... Ich... Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles Gute... Was glauben wir, was ihr hier macht, Menschen? Bitte. Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals. Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug. Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Oh, oh. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, Alterna. Ich führe diese Herde an. Während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab. Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Haha, der Abi hat gesprochen, Junge. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Mach dich weg, du Kelp. Törichte Kinder. Wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Folgende Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie. Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz. Noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Kann es sein? Okay. Wir gehen den Mondstein holen, den werden wir klein hauen und durch die Nase ziehen. Oder, Mila? Ich verstehe das nicht. Ja. Ja. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Hier sieht aus wie der Char von Venom bei 5M. Hehehe. Mondstein, das ist so ein Pokémon-Ding, ja. Vielleicht sehen wir gleich einen Pipi. Ich melde mich, wenn ich was finde. Ja, oui. Lässt du mich jetzt hier alleine, oder wo? Und Lars Palme, danke schön für den Prime-Star beim 32. Monat und Huckulu. Schönen guten Abend. Ich lass die jetzt hier alleine. Auf, auf zur großen Halle. Was glaubst du, der wird's dead? Kein Pipi. Mama, du musst mehr baiten. Stream stirbt durch Harry Potter, aber ist nicht schlimm. Lumos. Wenn es in den IP-Fabriken fehlen. Was machst denn du hier, Kollege? Sagst du noch IP, ja klar. Aber momentan noch Hogwarts. Ja, Mann, wo Eule? Nur Kevin und Alpino wieder. Schande über euch. Alle selber am Zocken. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabele-Land. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, Nati. Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern. Das sagt meine Mutter auch. Arbeit, Arbeit. Doch er starb, um mich zu schützen. Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Natürlich, du musst Rookwood ein Ende setzen. Und Renrock. Du hast viel Gutes getan, und zwar für uns alle. Solange Harlow da draußen ist, gibt es keinen Frieden. Mit jedem Tag richtet er mehr Schaden an und lässt Menschen wie Archie Bickel die Konsequenzen spüren. Ja, Nati. Wir kriegen ihn. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir kriegen ihn bestimmt. Du willst, wolltest du nicht pennen gehen? Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Ey, gar kein Problem. Kriege ich jetzt XP dafür? Kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja, dann gehen wir die Besenflugprüfung machen. Hallo, vielen Dank für die Wieser im dritten Monat. Und hallo. Wir müssen... Dahin. Palle rettet den Stream. Ja. Und wenigstens ein paar mehr Eulen jetzt. Brot, danke Pyro, Swiss und Alpino. Dankeschön. Ja, wie, ich kann... Oh Gott, Alter. Kann ich jetzt... Boah, wir haben 420. 420! Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ich brauche hier mal ein paar mehr Porter. Nightfox, vielen Lingen. Dank für den Gift. Ich hab und tschuldige. Eulen, chat Eulen. Herzlich Willkommen in der Hubhut. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Oh. Da ist ja gar nicht der Ehegarten. Hallo, Stewie. Oh, da müssen wir kurz landen. Das ist ja auch super komisches Event hier. It's whack. Okay. All die Klappe tätig um den Chip geguckt. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Wie schön Sie zu sehen. Stach. Junge, damme. Wie ist es? Ich bin der Beste. Mach den Schuss meiner Leitung raus, ihr Bielen. Das ist doch wieder die Einfrierpommes hier, ne? Mit kaputt machen, oder? Ach, nö, was war das noch mal? Waren das noch mal? Jesse, danke für die Wiese beim Elf mit Prime. Kussi zurück. Ach, nö, nee. Ach, nö, nee. Ach, nö, nee. Natürlich war das das Einfrieren. Gar nicht. Scheiße. Nee, das war... Die Kendo. Dead Bird. Magic Mott. Sleephead! Die Kendo. Hey. Die Kendo. Mhm. Sieht interessant aus. Lumos. Reveglio. Was ist denn das hier jetzt für eine... Oh Gott. Die Kendo. Sieht nicht aus. Sieht nicht aus. Sieht nicht aus. Ok, die kann man wir haben ja dann müsste der doch eigentlich einfach nur nach oben zeigen dann haben wir das ding so und dann aber der bewegt wird der sound nicht immer abstürzen was passiert hier was passiert hier vom teufel war das depender Mmh mmh. Sie pendeln! Ringadium Liviosa! Ey, dieser Schei... Oh! Ui! Tolle, das hat aber nichts mit dem Rätsel oben zu tun gehabt. Rebellion! Die Pohrzone! Die Pohrzone! Die Pohrzone! Die Pohrzone! Die Pohrzone! Die migraines Schrei- Die Pohrzone! Die Pohrzone! Der superbino, das bedeutet kein Statement! Nein! Da wäre selbst Merlin stolz. Ah, easy! Rebellion! Ja, ich stehe direkt vor dir. Mach ich's bemett. Ach ja, das werden wir ja schon sehen. Achso, ich muss direkt starten. Gut geflogen, wenn ich das so sage. Das war nicht gut. Aber das sollte reichen. Wunderbar! Erwischt! Wunderbar! Das war nicht allzu schwer. Hä, wo ist denn der Geist? Das gefällt mir schon viel besser! Gut geflogen, wenn ich das so sagen kann. Gut geflogen. Das war nicht! Gut geflogen. Gut geflogen! so schlecht geflogen alle muster hat das ist hier mein freund hier ganz unten rechts das gesehen das war gar nicht schlecht beeindruckende arbeit aber freu dich nicht so früh ich hole dich sofort wieder ein meine familie wird es nicht glauben wenn ich ihnen davon erzähle sie sind fast so ehrgeizig wie ich fast es hat spaß gemacht das zieht mich gar nicht warum kriege ich denn keine xp dafür wie ich bin so schlecht geflogen und der rekord ist bei 2,13 pk dankeschön für louis am 14 wunderbar das war nicht allzu schwer ja Erwischt! Götz. Fabelhaft. Fortgeflogen, wenn ich das so sagen darf. Das gefällt mir schon viel besser. Das läuft richtig gut. Oh, okay. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Mist. Ja, das kann man's gehen. Das kann man noch machen. Oh, aber das ist machbar. Das Rennen hab ich schon gemacht. Ich kann mir jetzt die Verbesserung holen. Not my streamer. Ach, komm, aber soll ich jetzt wieder eine Stunde da rein schwitzen? Auf geht's nach Hogsmeade. Ich dachte am Anfang, als wir das das erste Mal gemacht haben, da geht es um irgendwas. Wie geht's meinem Lieblingstestpiloten? In diesem Geschäft, das von den lebensmüdigen Babywalks gefühlt wird, werden alle Arten von Sportartinge für Zauberer verkauft. Darunter auch die neuesten Besenmodelle. Baby selbst, so sagt man, arbeitet dann in der Reihe von Verbesserungen. Besenverbesserungen. Hallo, O-Saft. Ja, eben Schalpes. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Was werden Sie nun tun? Was werden Sie nach der letzten Verbesserung machen? Ich will Spindwitches zum beliebtesten Geschäft in Hogsmeade machen. Und ich würde gern mal wieder auf ein Besen steigen. Für den Nervenkitzel. Was macht er doch? Ich könnte nicht zufriedener mit unseren Verbesserungen sein. Wieder den Pessimisten. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals. Vielen Dank. Nicht wieder 6000 Gold ausgeben. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Schön für Mr. Weeks. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Nein, nein. Wo gehe ich hin? Verkaufen. Irgendwas stimmt mit der hier nicht. Entschuldigung, aber würden Sie wohl einer alten Frau helfen? Ja, ich gucke gleich. Ist so, alter Schalb. Es ist so. Der zieht mich komplett über den Tisch, alter. Ah, hallo. Kommen Sie ruhig herein. Ja, sehe ich ja. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen. Guck mal, der hat ein wohl neues Sortiment immer. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Achso. Ich würde dem Käfer da helfen hier. Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Wo ist die? Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Wachtel. 70 Euro by the way. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Oh, die Hazel ist in Gefahr, Mila. Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Dr. Hazel. Dr. Hazel ist in Gefahr, Los Santos. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerlissen. Ach, egal. Nichts, ja. Die Dr. Hazel aus Los Santos ist in Gefahr. Sagt die Becky Bookborough. Ich habe die ganze Zeit hingefallen, verstanden. Nein. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst nehme ich an. Ich weiß, dass sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Ja, ich werde die fangen und klauen. Ich halte nach ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, sie haben eine gute Seele? Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen sie sich selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Da geht es überhaupt nicht gut. Nicht vergessen, man erkennt sie am strahlenden Fell. Ah ja, ich habe dir schon zugehört, alte Schoffel. Da ist man Stein da. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Hallo, Black Sonic. Ey, das nervt mich so, dass permanent der Sound weggeht, ne? Was für eine Kacke, Alter. Da muss doch irgendwo ein Käfer sein, hier. Ich habe einen Fehler gefunden. Was denn? Bei einem Quest. Ähm. Bei einer Nebenquest. Da kannst du ja immer Fragen stellen, nochmal. Ja. Und bei einer Fragestellzeile steht keine Frage, sondern nur ein Hashtag. Wie? 70 Euro, by the way? Na los, Hazel. Hazel muss hier irgendwo sein. Nein, ich werde niemanden. ... bei mir auch nervt übelst du den ton muss jetzt ja das ist auch schon wieder alter ich sollte mal dann backbrook sagen dass sie in sicherheit ist hast du das auch dazu dann den ton nur auf einen kopfhörer ohr hörst rechts oder links ich hab den links geschickt in der box im chat hast du das nicht mila hat mich warum ich das habe die rakim und bomb haben das auch freeze ich habe durchgespielt also die die hauptmissionen werden war nur ganz viele sidequests und so gibt es einen gemütlicheren ort als kann man sich im wd von gestern angucken am ende jeden endkampf und so richtig cool gewesen das war echt episch ich hab zwar ein bisschen reingeschissen aber trotzdem ich stecke immer die kopfhörer rein und raus beim geuchten er dann ist er wieder weg aber nervt ja na klar ja gegen eine gebühr uns geht es gut und ich kann sie sicherlich beschützen aber ich frage mich ob sie mir bei den pflegekosten helfen können ich bin so erleichtert aber natürlich es ist fast jeden preis wert sicher zu gehen dass mein liebes mädchen versorgt wird kümmern sie sich gut um häsel ja ja mache ich ich gehe direkt verkaufen willst du eine jungfrau habe ich bekommen 500 gold und manche für den goal bekommen verzeihen sie den gestank neue lieferung krötenhaut die ist ja nicht mal shiny er erscheine den behalte ich nein scheiße eigentlich schlimm haben wir das sound back ey das regt mich so auf ich spalte das mal sie können gerne wiederkommen sie sind jederzeit willkommen was haben wir denn hier noch und schon wieder sound back das ding ist da liegt doch nicht an den kopfhörern ich habe schon das kabel gewechselt wer hier wohl wohnt das sollte ich untersuchen doch welch angenehme überraschung eben durch starten bringt nichts mann mit dem Ich guck mal hin mit dem Soundentstellungen. Nee, da bringt alles nix. Außer dieses ständige rein und raus wieder. Rebellion. Rebellion. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Rebellion. Rebellion. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Ja, die Aufgaben wiederholen sich ja. Ich dachte, die sind alle unterschiedlich. Bereit, Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Harlow ein für alle Mal zu erledigen. Was ist dein Plan? Mrs. Bickel hat eine Eule geschickt. Sie fragt, ob wir schon Glück bezüglich Harlow hatten. Hab ich Kopfhörer. Sie meint, ein Freund beim Kapp am Herrenhaus könnte Beweise haben. Aber sie hat uns gewarnt, dass wir uns unbedingt da raushalten sollen. Und das mit Nachdruck. Ganz genau. Harlow weiß, dass wir Archie gerettet haben. Und Mr. Rape. Der Brief kam nicht von Mrs. Bickel, oder? Nein, ich glaube kaum. Harlow will uns eine Falle stellen. Aber jetzt sind wir im Vorteil. Wir können uns vorbereiten. Wir sind stärker als Harlow und er weiß das. Deshalb greift er zu dieser Trickserei. Wir müssen hin. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Super. Harlow's Herrschaft endet heute. Vielleicht sollten wir Officer Singer unseren Plan... Ich habe schon eine Eule geschickt, dass wir einer Spur nachgehen, die Mrs. Bickel uns ausgegeben hat. Hast du Angst, sie sagt es deiner Mutter? Ja. Aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und das weiß sie. Genau wie du. Ja, das stimmt. Wofür sind eigentlich diese Florfliegen? Kann man damit überhaupt irgendwas machen? Nein wachs! Die Palaut hält sich bestimmt hier irgendwo herum. Ich spüre erst in der Nähe. Wo ist er? Cozzi! Die Umluft für eine Kombo, Alter. Mach' das genau. Die Umluft für eine Kombo ... Hallo Lusp! Die kleine Natsai, oh nein. Nicht wahr? Und da ist auch ihr widerlich treuer Schatten. Scheiß, hallo, kackwilderer. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Aber ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Glücklicherweise bin ich dafür bekannt, Probleme zu lösen. Ach ja? Und dann, Bruder, und dann... Da geht Abra! Hallo Dr. Ruvat. Und tschüss. Deine Chance hat ihr mir. Steht mir so. Oh Gott! Kleine Gazelle! Natti! Nein! Nein! Aber war ja nur Kruzio. Natti! Nein! Kleine Gazelle! Die ist aber nicht tot. Da war nur Kruzio. Ich hab voll die gute Idee, Chad. Ich probier mal eben... Ich hab hier nämlich noch die 990 Pro, Bayer Dynamics. Lass mal eben andere Kopfhörer. Moment eben kurz. Was. Veh tambien? Wo ist es? W affecting die 990 Jahre? Ich hab metallic! 8904 Jahre. Ein았 da.... I? Da��? Hallo? Oh Gott, die haben ein ganz anderes Klangbild, Alter. Uiuiui. Ja, Mutter. Ich fühle mich gut. Und bei diesem Besuch gleich noch besser. Also gut. Oh nein. Kleine Gazelle. Nein, Mutter. Aber ich bin noch hier. Ah, können wir mal sehen, siehst du, dir geht's gut. Was hast du dir dabei gedacht? Was in aller Welt hat dich veranlasst, so etwas zu tun? Ich weiß es nicht, aber... Was blieb mir anderes übrig? Du warst in Gefahr. Tut mir leid, Natti. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein. Dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Du hast instinktiv gehandelt. Ich nehme an, es war Instinkt, ja. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh. Herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Mein Vater, er traf eine Entscheidung. Ganz instinktiv. Du trägst heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen, wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Nach dem, was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Eine Schlacht hier in Hogwarts. Alles, um Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zur Strecke zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban. Und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke. Aber wir zwei sind doch einfach ein tolles Team. Wie, die Story geht jetzt auch schon zu Ende? Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. Wie, du stehst auf meiner Todesliste, Mädchen? Danke, dass du mich besuchst. Es tut immer gut, dich zu sehen. Okay, mir gehen die Quästen aus. Ich muss neue suchen. Chat schon wieder müde, ja. Unten am Wasser ist eine. Mila? Ja. Alle Tuti-Fudi-Owa. Joglu. Joglu. Chat ist müde. Ich kann ihn nicht mehr unterhalten. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Trippi Mila. 15 von 32 stand da. Ich würde sinken wie ein Stein. Ja, du musst schwimmen lernen. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Du bist eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht. Nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht. Aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Darauf kannst du dich verlassen. Übrigens Nerida, Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet, beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du interessierst dich ja sehr für Wassermenschen. Das tue ich auch. Denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Das stimmt. Aber klingt nach Zeitverschwendung. Ich bin nicht sicher, ob das ein lohnendes Unterfangen ist. Wollen die Wassermenschen überhaupt Kontakt? Bisher scheinen sie dafür offen zu sein. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht. Lügen, Oma. Und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann. Aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Mirisch ist echt knifflig. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun, wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesen-Status des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Ein Meerisch? Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen. Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkis und Irland die Maros. Ich könnte noch ewig über sie sprechen. Ihre prächtigen Unterwassergemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Ich kann dir helfen. Also, ich kann schwimmen. Und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Danke! 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 Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Wo? Ich wäre lieber und... Was du alles sehen wirst! Eines Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach! Ein Mohl. Ab in die Unterwasserwelt. Sieh mal an! Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Du kommst jetzt mit mir mit! Kleiner Schmetterling! Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Inzentrum! Lumos! Hier! Hier! Oh Gott! Und was haben wir hier? Da ist mein Hut drinnen! Nerida wird sich darüber freuen! Überhall dich! Das ist mein Artefakt! Arschwumme! Revely. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Ja, Chats sind alles voller Muggels. Das ist großartig! Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Mir gefällt die Vorstellung eines echten märischen Artefakts. Ich bin versucht, es zu behalten. Was? Warum tust du das? Dieses Geschenk war eine Geste des guten Willens. Ein Symbol der Hoffnung. Ich wollte es dem Ministerium zeigen. Du hast es dir nicht verdient. Wenn es dir so wichtig war, dann hättest du dir das Geschenk vielleicht selbst holen sollen. Das hätte ich, wenn ich schwimmen könnte. Du hast die Beziehungen zwischen unseren beiden Welten womöglich stark beeinträchtigt. Mir ist doch scheißegal. Also gut. Nun muss ich wirklich schwimmen lernen. Und ich werde sogar noch dafür belohnt. Ich werde sogar noch dafür belohnt, dass ich die beklaue. Ja. Geil. Schande. 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 Hat sich wohl ausgeträumt mit deinen Meerestieren. Du Meeresbiologe, du. Erst schicke ich meinen besten Freunden eine Asgobahn und jetzt beklaue ich irgendwelche Schülerin, Alter. Oh, Professor Garlick hat eine Aufgabe für mich. Da muss ich doch schnell hin. Hehehe. Ich bin böse. Hallo. Wie schön Sie zu sehen. Professor Garlick. Wo sind Sie? Reveglio. Wo sind Sie? Oh, da vorne ist wieder mal zu klauen. Wir wollen die Erpressung mit dem Tagebuch nicht vergessen. Ja, da kommt auch noch dazu. Hihihihihi. Ich bin so ein fieser Schurke. Oh, da gehe ich kurz klauen. Aber da kann ich gar nicht. Doch, hier. Ja. Reveglio. Gott. Oh. Scheiße. Und jetzt kriegen wir wieder was legendäres. Reveglio. Die nehm ich jetzt noch mit. Ich werde mir wieder diesen DT. Na, gehen wir aber rein. Reveglio. Hallo. Aber hier waren wir schon. Komm, Pringo. Ne, wird doch niemand merken. Oh, ich bin so böse. Das gefällt mir. Wo ist die Frau Garlick? Du bist nicht Frau Garlick. Du bist es. Genau dich brauche ich. Oh, ich will zu. Oh, was würde ich nicht für ein eigenes Zimmer geben? Das ganze Jahr über einen Schlafsaal zu teilen. Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mongo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung. Wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Rüben statt Füße? Zu komisch. Ich meine, wie furchtbar. Einfach schrecklich. Ihr findet das vielleicht alle komisch, aber die Sache ist wirklich ernst. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld. Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht. Sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pfff, als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und, puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Und verdient der Marmaduke. Ehrlich gesagt hat er das ja auch verdient. Eigentlich gebe ich dir recht, aber er ist mein Bruder. Ich bin sicher, so hatte er sich das nicht vorgestellt. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Ich kann das Wappen zu Marmaduke Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Wo machst du das dann nicht selber? Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in deinem... Meine Familie interessiert mich nicht. Ich brauche XP. Ach, das ist oben. Ich will nämlich zum Abschluss, weil... Zum Abschlussfeier. Warst du da schon, Mila? Ich muss die Gruft bei Brockborough finden. Und Samanthas Familienwappen auf den Sacken vorlegen. Ach, du bist auch noch ein 34, ne? Ich bin 33. Okay. Also gleich 34. Wie? Da ist doch wieder ein kleines Rätselchen. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Er war aber wieder mit Einfliehen und Zerstören. Grazio! Konfingo! Ha! Ich hab's raus! Grazio! Konfingo! Grazio! Konfingo! Die muss man nicht mal einfrieren. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Ja, Oma. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Blöde Ziege. Immer mich am ärgern. An meiner Schlauheit, am Zweifeln. Dabei bin ich so ein lieber Junge. Niemandem was getan. Reveilion! Komm schon, noch mal. Schau, zu lügen. Rebellion. Toilis, Toilis, Toilis. Lumos. Lumos Maxima. Rebellion. Wo sind die anderen Smellerlinge? Lumos. Easy. Ich bin mittlerweile richtig gut in die Rätseln, Mila. Ich bin immer schlauer. Er ist erledigt. Er ist guter Zauberer. Vom Bordstein bis nach Hogwarts zurück. Rebellion. Die Oma zweifelt an meiner Intelligenz. Lass mich doch hier absetzen. Hallo. Diese schelmisch dreinblickende Vogelscheuche wurde vor lange Zeit verzaubert, um den Garten zu bewachen und Krähen abzuwehren. Jetzt belästigt sie jedoch die Gärtner, indem sie bei der Arbeit beleidigt. Ha. Wie mein Chat. Nix Neues. Rebellion. Alohomora. 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 Ja ne, die brauchst du gar nicht weinen. Ist so. Ich komme jeden Tag online, damit die mich fertig machen könnte. Nur weil ich vielleicht nicht der Schlauste bin. Aber dafür der Brutalste. Und der Schönste. Und hier gibt es wieder was legendäres. Ja. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Was haben wir denn hier? Ein Demigais. Oh. Wo ist der da unten ist der? Rebellion. Ich lasse dir auch nix sagen, dass ich die ganzen Dorfbewohner immer beklau. Regal mit Totenkopf und Kerzen habe ich gefunden. Ui. Und er kommt online um zu klauen, aber niemand verraten Shit. Das ist nur ein Spiel, okay? Sag mal, was macht ihr denn hier, hä? Achso. Scheiße, die Eltern sind auch da. Was Mielen so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Rebellion. Langfinger Higgins. Na und, von irgendwas muss man leben. Du hast mich schon angezeigt? Das glaube ich ja. Ich weiß, was das bedeutet. Ich wäre sehr dankbar, wenn du mir und meinem Freund bei der Einigung der Koba-Rebellen noch der Feldkopf immer häufiger. Es scheint, als würden sie noch etwas suchen. Aber zumindest mir fehlt die Vorstellungskraft zu begreifen, warum sie unser kleines Dorf angreifen. Der Handel leidet jedenfalls darunter und die Menschen sind vom Sorgen geplant. Feldkopf könnte momentan sicherlich etwas von deinem Optimismus und deiner Kreativität gebrauchen. Bescheid ist immer so, als hättest du die besten Ideen. Hast du dir irgendeinem Vorschlag, mein Freund? Ich weiß nicht, wie viel länger unser Feldkopf durchhält. Dein Bernhard. Halt's Maul, Junge. Seid mal ruhig. Ich muss euch erst beklauen. Alles plündern, ja. Ja. Das gefällt mir. Oh, Schachbrett. Schachbrett. Was richtig cool wäre, wäre so ein Einbrauchsystem wie in Guild Wars. Beziehungsweise, dass die NPCs darauf reagieren würden, wenn man was klaut. Wenn man dann irgendwie gesucht wird oder so. Was ist denn hier los? Okay, gut, du bist da, dass hier ist. Ich wäre sehr dankbar. Und meinen Traum. Warum helfen könntest du? Ben Gavio Liviosa. Du willst nur Kopf was verfluchen. Ja. Ja, und? Boah. Revedium. Wer hier wohl wohnt? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Na und? Wenn ich das will, Oma. Vielleicht sind die ja gemeint zu mir. Warte mal, das ist aber nicht der Dings. Wo ist denn der Ball? Revedium. Begele. Fertiglich. Klicke. Warte, da. Warte, da. Warte, da. Warte, da. Du bist ein weiß her. Warte, da. Lass die Oma in Ruhe. Komm, roll, kleiner Ball. Roll. Roll. Du schaffst das. Da wäre selbst Merlin stolz. Wäre der auch gewesen. So wie Pascal anwesend, ich glaube nicht. Halt Mohl, Yoshi, halt Mohl. Da müssen wir hin. Wir machen kurz die Lieferung für den. Ja, klar. Das Bild im Hogwarts-Shannonboy, das muss ich echt gucken, warte. Gestatten, Eddie Thistlewood. Ein guter Freund in Feldcroft ist mit seinem Latein am Ende. Denn Renrock und seine Anhänger greifen sein Dorf unablässig an. Daher habe ich zwei Kisten chinesischen Kaukohl geschickt. Aber sie sind verschwunden. Mila, guck mal im Hogwarts-Channel im Discord, der der Tobi-Paste gepostet hat. Cool. Achso, Berg, ja, das weiß ich. Da habe ich zwei Kisten chinesischen Kaukohl geschickt, aber sie sind verschwunden. Aber ich mache gern die Rätsel, die kleinen Dinger. Genau mein Gedanke. Ich kenne mich mit Pflanzen aus. Und ich glaube, dass die Kobolde durch die vielen wilden Pflanzen so genervt sein werden, dass sie Feldcroft einfach in Ruhe lassen. Könnten sie die beiden Kisten ausfindig machen und ihren Inhalt an meinen Freund Bernharden... Ja, Marisch, komm, ich brauche XP. Ich kann meinen Laden gerade nicht verlassen. Also gut. Ich werde Ausschau nach zwei Kisten mit chinesischem Kaukohl halten. Oh, danke. Ich werde Bernharden... Ja, Marisch, ich glaube echt, dass meine anderen Kopfhörer kaputt gegangen sind. Und die waren super teuer. Was verkaufen Sie? Das ist nicht gut. Feldcroft wird garantiert... Viel sicherer sein, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Klingt nach Ärger in Feldcroft. Vielleicht kann man die bei beiden Nemex einschicken, damit die repariert werden. Das mache ich dann. Äh, bei den Nemex 1990 DT. Irgendwie so. Ich glaube, wir haben 500 Euro gekostet. Revelyon. Jetzt habe ich die 90-90 Pro-Dramme. Das ist voll ungewohnt, weil die so bassig sind. Hör mal, Mädel. Wir haben gestern nochmal geschnackt die ganze Zeit. Revelyon. Mila. Was sagst du? Wir haben gestern nochmal die ganze Zeit geschnackt. Ja, das war ja doch genau so, ne? Das war genau so, wie wir das jetzt machen, oder what? Ja, Junge. Ach so. Ja, Junge. Ich habe das schon wieder vergessen, ne? Ja, Junge. Tust du einfach mal ein bisschen nachdenken, ne? Hier, hier. Mach ich das. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, was ist denn nun los? Ja, wie? Das war bei meinen allen auch so gewesen. Kannst du Ersatzteile da verkaufen. Müsst du den aber selbst reparieren. Ja, vielleicht mache ich das, ne? Willst du das machen? Ja, ich habe nur kein Lötgerät oder so. Ja, ich würde davon abraten. Sag ich ehrlich. Wie? Das habe ich schon gesagt. Ja, was ist so denn? Das ist so voll easy. Sag mal. Ich glaube, es hakt hier. Sag mal, was ist denn nun los? Lumos. Lumos. Ich glaube, ich werde mir mal so ein paar Video-Stuffen reinziehen. Versuchen, den Akzent irgendwie so hinzubekommen. Und dann, glaube ich, da mache ich mal so ein AP-Charakter da raus, ne? Dann gehe ich ein bisschen hier Dings. Autos abschleppen und so. Meinst du, das wäre es? Ja, sicher. Das wäre doch mal was Neues. Ja, klar. Da gibt es ja so ein Neuer nicht. Hier, in der Pirmis. Rebellion. Lumos. Lötchen, ein bisschen den Toaster warm machen, geht schon. Ich kann löten. Ich war auf dem Robert-Bosch-Berufskolleg, ne? Da hat man sowas gelernt. Was sag ich dir aber? Wo ist denn hier der... Wo ist denn hier der dritte Bums? Bin ich blind oder was? Na da. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Wer will da? Ich kann löten. Ich kann auch Dinge reparieren. Kann ich wirklich. Mach das nicht bei so. Was soll ich nicht machen? Oma, du hast kein Vertrauen in mir. Du guckst dir seit 5, 6 Jahren zu. Und du hast absolut kein Vertrauen. I don't know why. Warum traut ihr mir so wenig zu? Ja, wenn die dich so gut kennen, ey. Dann hat das wohl einen guten Rund, du. Ja, aber ich kenn den trotzdem. Ich weiß, dass ich keine Worte nicht. Bin ich mir nicht sicher, du. Ja, doch. Ich aber schon. Bin mir da gar nicht sicher. Ich aber schon. Nee. Ja, wie nee? Nee, ich glaub, du schätzt dich da voll falsch ein. Die Kiste mit chinesischem Alkohol muss irgendwo hier im Lager sein. Da wird fliegt der Drache hier jetzt über meine Map. Kurz, ja. Kurz, ja. Kurz, ja. Ich hab mich so verschnackt mit den Schülern hier. Schon wieder dunkel. Hast du dich gestern gesagt, du kriegst nix gebacken? Ja, aber das ist ja auch nur Teil, ne? So ein bisschen, dass ich mich ein bisschen selbst zum Affen mache. Ich bin ja eigentlich gar nicht so dumm wie ich aussehe, ne? Ja, ich kann ja schon einiges. Ja, das würde ich halt nicht mit Sicherheit behaupten, du. Ja, doch, das ist er also. Fehlt nur noch die zweite. Ich weiß das nicht so. Guck mal, der dahinter. Da drück ich der X. Warte, muss kurz auf die Tastatur gucken. Und dann ist er weg. Dann ist er weg. Der dreckige Lung. Hab ich ihn geberbert. Oh, welch an. Da ist einer. Was ist denn das nochmal für ein Rätsel hier? Sag mal her, die Pommes. Ja, außer... Okay, das kenn ich noch gar nicht gut. Außer Küche. In der Küche hab ich nix zu suchen. Also Küche kann ich echt nix. Aber ich kann ne Glühbirne wechseln. Ich kann Sachen reparieren. Ich kann... Ne, von heute hab ich auch keine Ahnung. Aber ich kann Moped versehen. Und ne Fahrradkette krieg ich auch wieder rein. Und flicken kann ich das Ding auch. Oh, Fischkodadogus auf NDR schauen, dann lüpft er. Ey, ich guck mir sowas gerne an, ne? Also kein Scheiß. Das kann gar nicht so knifflig, Merlin. Flirten kann ich auch gut. Rebellion. Well, you're dead. Diese vom Wilder anzunebrauchigen Zaubertränkenstunde schwarzen Schneier stammt von einer Duxy. Das ist ein magisches Tierwesen. Das ist manchmal mit einer Fehlfilm exibiert. Okay. Kann ich das mitnehmen? Level up. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Und was ist hier drin, ne? Was ist denn das? Was ist das denn? Da ist eine Eule, so eine komische. Die ist krank. Dort Reportagen haben wir es zum Beispiel Fleischsalat und Gräbulippen. Wenn wir, du kleiner Vögel, richtig mitnehmen? Was machst du denn? Hey, hab vier. Oh, war der Kedavra. Scheiße. Oh, der kommt wieder. Das war kacke. Was hab ich denn jetzt gemacht? Was ist der Heal? Was ist der Heal? Ich hab ein Foo-Pail gefangen. Oh, die kriegen jetzt auf die Fresse hier unten. Ich habe keine Ahnung, warum es einen wirbelen Kutio. Das ist ein High-Groan-Torin. Das war der Kedavra. 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 Okay, das ist absolut OP. Warte mal, die habe ich doch gerade schon besiegt. Wer ist denn ein Aldita oben? Oh, ist dead. Da unten gibt es ne... Nö, das machen wir aber noch nicht. Das ist absolut OP. Aber ich bin ja auch krass, der muss man sagen. Oh, der sieht cool aus. Wo ist der? Ich will nur einen Shiny haben. Der ist auch nicht Shiny. Die nehme ich nicht mit. Ach, Gottchen. Müssten wir denn hier hin? Müssten wir denn hier hin? Reveilion. Kannst du nachher bei YouTube gucken. Hamburger Markt, Schrecher, Fischverkäufer. Ey, ich liebe solche Dokus. Ehrlich. Die letzte Doku, die ich geguckt habe, ist sogar so ein Tante-Emma-Laden. Irgendwo oben, da wo der Cooper wohnt. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Reveilion. Reveilion. Können wir uns auch zusammen angucken, wenn ihr wollt. Wie, das war es schon? Ne. Reveilion. Ja, Moiskin, das war ja Magie nichts. Das war ja Magie nichts. Ja. Kannst du bitte mal aufhören? Hier, bitte. Mein Gott. Da wäre selbst Merlin stolz. Okay, hallo. Und dem packe ich dir dann noch eine Lackseite bei. Für den Newtonpreis mit einem Lütten-Schnittbüttel. Ja, das mache ich. So, ich glaube, wir machen mal kurz Pipi-Pause. Drei Stunden schon wieder. Bis gleich, Chat. Drei Stunden. David. Vielen Dank. Vielen Dank. Boah, ich trinke ein Pflege im Wasser, ein kleines, und dann muss ich sofort aufs Klo. Ich werde alt. Ich werde echt alt. Wir beklauen die kurz. Rebellion. Rebellion. Das kommt wahrscheinlich davon, dass ich momentan viel Wasser trinke. Man muss sich ja auch hydratisieren, ne? Hydrotisieren. Ich bin 18. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Hallo, No Name. Boah, ne Muschi. In Honigbraun. Rebellion. Ja, was läuft die Schnecke mir denn jetzt aufkommen? Mäuschen. Läuft die Schnecke mir hier vor meine Zauberflinte und wundert sich. Entschuldigung. Diese wunderschöne Brosche stellt einen magischen Vogel dar. Welche Vogelart genau ist unklar. Aber manche glauben, es handelt sich um einen der Vögel der mittelalterlichen irischen Druiden Kleoden dar, die die Kranken in ihr Schlaf sagen. Kann ich die mitnehmen? Mein Vater lehrte mich stets. Habe ich Zauberflinte? War das mit Zauberflinte? Habe ich dir irgendwas gesagt? Was lustig ist? Du warst das? Er ist vor meiner Zauberflinte gelaufen. Ich weiß auch nicht. Ach so, vor deiner Zauberflinte. Du meinst vor deiner magischen AK? Oh, ich lebe ein gutes Herz. Hier so in der Art, ne? Ja, der knallere Darts benüfte. Tschüssi. Ich sollte hier absteigen. Rebellion. Als ob hier kein Demigeist-Typ-Ding ist. Doch ist... Aber wo? Wahrscheinlich hier. Hallo Homora. Ich verstehe hier nichts, was denn? Aber Chat, ich hoffe, euch geht es heute allen gut. Und ich hoffe, ihr seid alle gesund. Noch ein paar Monate, dann haben wir schon wieder Weihnachten. Rebellion. Boah, riesiger Tisch. Boah, riesiger Tisch. Komm, musst du nur kurz auf Klo. Morgen ist Montag. Wie soll es da einem gut gehen? Ja, wie? Rebellion. Komisch, schon. Nur weil morgen wieder Arbeit ist? Roten hier, Alter. Ganz obel Typen. Er liegt mit Fieber flach. Ja, gute Besserung. Rebellion. Wird der bei Rewee, 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 nicht angezeigt, dieser Demigeist-Milo? Dieser Mond, den ich suchen muss. Rewee, bin doch angezeigt. Auch außerhalb vom Haus, ne? Das muss zu etwas Großem führen. Naja. Mir geht's heute scheiße, habe im spiegelgrauen Haar gefunden, 25 Haus. Das ist der George Clooney-Effekt, Junge, da freut man nie rum. Ja, der ist ja aber auch nicht berühmt, nein. Nö, die machen nix. Da musst du nur drauf landen. Rebellion. Platzwunde, boah, wir können bald gehen. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlids. Sag mal, was ist eigentlich dieses Super Bowl? Was ist das? Heißt das echt nicht? Nee, was ist das? Warte, nochmal. Äh, das ist Dings. Football. So halt wie die Fußball-WM, nur für Football. Ja, aber gibt es das hier in Deutschland auch, oder wie? Es gibt auch Football in Deutschland, ja, aber das kommt aus Amerika. Das kann man sich auch angucken, das ist ziemlich cool. Wann ist denn der Super Bowl heute? Ich glaube, den werde ich mir angucken. Wahrscheinlich halb eins oder so, ne? Ja, mehr wie Bundesliga-Finale oder so, ja, stimmt, stimmt. Halb eins, okay. Ja, das passt ja. Sollen wir uns das mal angucken, Nila? Das ist richtig cool. Ja, ich weiß nicht, ich bin hier in der Zerber-Promise, ne? Ja, komm. Also, ich kann mir das gerne nebenbei auch machen, da habe ich kein Problem mit, ne? Kannst du bitte immer so reden? Ich habe jetzt mehr Inventarplatz. Nochmal 20. Rihanna ist eine Halbzeit-Show. Ah, scheiße, Rihanna, Alter. Die kennen ja eh nix. Ja, Mila ist super entspannt, wenn die so redet. Das macht mich schon Angst. Was ist denn das hier? Oh, du kriegst sogar noch. Oh, cool. Ich habe den Superbow letztes Jahr, glaube ich, gar nicht geguckt. Rivalium. Sagt man, das sind ja eh, das sind ja echt immer die gleichen Aufgaben. Ne, das habe ich nicht gesehen mit der Snoop Doggy Dog. Der arme Wolf wollte mich angreifen und töten. Letztes Jahr mit Dr. Dre, Benjamin Dirk, Henry Glamour, Ravijay Blake, Pippi Cent und Anderson Park. Warum habe ich das denn letztes Jahr nicht geguckt? Weiß ich nicht mehr. Wer spielt denn überhaupt? Ja, also, ich will wohl mitspielen, ne? Ja, wie mitspielen? Ja, wie? Im Footloch kriegst du einen Tackle und stehst nie wieder auf. Schief ist gegen Eagles. Ja, wie? Rivalium. Wenn du da von so einem zwei Meter großen, 150 Kilo schweren Typen einen mitkriegst. Ich glaube, du kennst mich schlecht. Kann das sein? Ich mach denen dann eine Ansage. Du machst denen keine Ansage mehr dann. Marini mit mir. Schade, dass das niemand gesehen hat. Ich hab genug gesehen, Kollege. Warst du überhaupt schon mal jemals ein Football-Spiel gesehen? War eine Frage an dich, Mida. Äh, ja. Tatsächlich haben, äh, ähm, Freunde von Dormoz haben das immer gerne gespielt hier. Ich mein nicht auf der Hundewiese. Ich mein richtige Spiele. Ja, nee. So richtige hab ich, glaube ich, ja, vielleicht mal so ein bisschen geguckt. Aber nie ganz, ne? Lumos. Aber immer super, wenn Leute sporten, sag ich immer. Damit wäre das erledigt. Gott, 19 Stück davon. Die ist komplett drin in ihrer Stimme. Gerade in der NFL kannst du als normaler froh sein, nur mit dem Krankenhaus davon zu kommen, wenn du ein richtiger Tackle abbekommst. Oder als normaler sterblicher, der dann... Oh Gott, du bist tot, Alter. Rebellion. Du bist einfach tot. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Ja, jetzt haben wir die gleichen Handschuhe hintereinander. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Rebellion. 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 Confringo. Reveilion Incentio Edel spielt immer noch Football, soweit ich weiß Und er trainiert auch Die Jugendmannschaft, glaube ich Und ich glaube, da merkt man auch ziemlich gut, dass er Edel Football spielt Da wäre selbst Merlin stolz Ah, der Schottis, der Ball Reveilion Ja Ja. Nerven nicht. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ich glaube nicht, ne. Hallo Gandhi, ja, ich spiele mit dem Flüchen. Ich habe mehrere Sets. Du kannst ja... Das ist das erste Set. Wenn du da Crucio benutzt auf einen Gegner, habe ich geskillt. Wenn du dann auf den Autotex machst, hat sich das Spreeded quasi. Da machst du ja Wadakidawa und alles, was einen Fluch auf sich hat, stirbt instant weg. Also auch mehr als ein Gegner. Imperio kannst du richtig gut für die Trolle benutzen, damit die alles wegfetzen. So, dann die typischen Kombos mit... Freeze zum Beispiel und eigentlich Dings. Eigentlich Defindo dabei, weil wenn du freeze, kannst du Defindo drauf machen, dann chatterst du. Damit ziehst du den an dich ran, damit du den Feuerskill benutzen kannst. Weil der ist Nahkampf und Gesundheit, Mila. Donkey. Donkey, ja, dann Verzauberung, Wegstoßen, Bombarder und Expediamus, damit machst du auch. Habe ich auch geskillt, dass du damit Leute verfluchst. Ja, und da unten nur viel Utility. Aber eigentlich reicht die erste Leiste schon, die drei Unverzeihlichen mit Momentum. Wenn du da geskillt hast, Junge, dann geht's ab. Spielst du noch Rustgun? Wir sind wieder auf dem Server von damals, ne? Also Shorty und ich sind da unterwegs und Gyphi ist auch manchmal da. Wir haben wieder so eine kleine Berry-Farm und so. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Talente ist eigentlich egal, was du nimmst. Du machst hier... Klippendo zum Beispiel juckt nicht. Und Stupor, äh... Kannst du machen, aber brauchst du halt auch nicht unbedingt. Weil du verteilst schon gut die Flüche so. Dafür brauchst du da nicht noch kontern. Die Pulse nutze ich nie. Ja, das ist auch egal, ob du mehrere Gegner damit machst. Obwohl, könnte man skillen. Ich meine, ich hab ja noch sieben... Ich krieg noch sieben, acht, neun Skillpunkte. Hätte ich noch, wenn ich 40 bin. Kendry juckt nicht. Verwandlungen kannst du eigentlich Explosiv-Fass, aber auch nicht so wichtig. Gegen eine luftalte Magie-Anzeige könnte man nur machen. Du kannst eigentlich alles skillen und nix ins Schleichen rein. Das sollte passen. Und Heal-Tränke natürlich boosten. Und den Maxima-Trank, aber den benutze ich überhaupt gar nicht. Muss mal gucken. Kannst du ja jetzt den VOD angucken. Aber Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, es gilt einfach so, wie du willst. Weil das ist eh kein Schwitzer-Game. Selbst auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, sobald du Level 40 bist und die Sets vervollständigt hast. Also eine Skillung hast quasi. Du kannst ja deine Ausrüstung... Kannst du ja verschiedene Perks drauf machen. Warum Feldcroft? Renrocks Anhänger verstecken sich nahe Feldcroft. Das sind die andere Christen im chinesischen Feldkirchen. Guck. Guck, jetzt sind auf allen vier die Flüschés. Mach da mal egal was. Guck, die sind alle tot. Ja, ist auch so scheibes. Du kannst skillen, was du willst. Oi, Dekse. Das ist doch kein Sternzeichen. Na, oi, Dekse. Sie ist ja wohl ein Sternzeichen, Mädel. Nee. Wo ist das denn ein Sternzeichen? Ja, im chinesischen vielleicht oder so. Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukuchen. Du hast auch nicht mehr alle Tassen. Ich sollte Mr. Fischelwoods Freund in Feldcroft aufsuchen. Randrock vermutet, dass es in Feldcroft mehr davon gibt. Kehre nicht zurück, bis du es gefunden hast. Randrock, wie Neuigkeiten hast du es gefunden. Meldet dich sofort zurück. Ich bin einfach Dings, Alter. Wo ist Sektor? Ja, hab gelesen, da ist schon Leaks gibt für einen Talent-Reset-Trank. Äh, ja, aber der wurde rausgenommen aus dem Spiel. Also passt das eher alles, glaube ich. Das ist auch individuell, wie man spielt. Erst Death oder Fall of Boom oder Flüche. Es gibt eine Cheese-Tattic mit dem Stealth, aber selbst dann musst du ihn nicht benutzen. Und das ist ein Single-Player-Spiel. Da wird es auf jeden Fall irgendwelche Mods geben, dass du umskillen kannst. Hm, wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Braucht es aber nicht, um durch das Spiel durchzukommen. Hallo, Mr. Indyai. Eddie Thistlewood schickt mich. Ja, er sagt, ich solle Sie erwarten. Haben Sie den chinesischen Kaukuchen? Da die 22 Stunden Frühe spielen jetzt egal sind. Äh, wenn du, wenn nur für die Cosmetics. Wenn du die Cosmetics haben willst, dann ja, wenn nicht, dann nein. Das wird viel dazu beitragen, das Dorf vor Ranrocks Anhängern zu schützen. Die selben Übeltäter, die sie, wie ich annehme, zusammen mit... Wo noch kein Gesehnscheid ist. Aber wisst ihr, was ich weiß, dass die Gutes aussehen? Jo, kein Problem. Wisst ihr, was ich mich frage? Ich helfe gern. Jetzt, wo ja die Main-Story quasi vorbei ist, wird es nochmal Wetterumschwung geben? Also erleben wir nochmal Schnee und so? Sommer und alles? Ich hoffe, das ist nach Spielzeit irgendwie geregelt. Sie auch. Was kann ich denn für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Ich weiß nicht, aber mach schon herbe Bock, das Game. Hab noch nie ein Single-Game gezockt und bekomme schon Bock auf mehr. Mit Russ komme ich mir halt auf dich zu, wenn mich die Lust wieder packt. Aktuell bin ich in Hogwarts gefangen bei der Zeit, die mir bleibt wegen Kind. Bruder, hab ein Spiel, worauf du Bock hast, Alter. Ich hab nur gesagt, wir sind da auch wieder unterwegs ein bisschen. Leider haben die momentan an den Monumenten das PvP deaktiviert. Aber ich wollte dem Riko mal fragen, ob die das mal irgendwann wieder anmachen. Schauen Sie doch gern jede Zeit für mich. Ich hoffe, dass das mit den Jahreszeiten noch reingepatcht wird. Ich will nämlich wieder Schnee und alles. Ja, die hab ich doch noch gar nicht aufgemacht. Doch hab ich. Oder warum wird die mir nur angezeigt? Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Oh, ich hab ein kleines Tiergehirn-Dekoration gefunden. Brunnen. Ja, wir werden auf jeden Fall DLCs kommen. Als ob die sich die Kohle entgehen lassen. Niemals. Niemals. Wenn der Krieg vorbei ist, werden endlich wir Kobolde herrschen. Die sahen auch schon mal rum. Geil. Ja, der ist ja aktuell auch in GTA-RP gefangen. Sehe ich das über den Stream. Ja, die sind verpartnert gewesen mit einem Server. Aber die haben die Partnerschaft wieder beendet. Noch besser so. Welch angenehme Überraschung. 5M hat kaum noch Zukunft. Wenn wir von RP reden. Gibt's schon Versuche, da eine MP fürzubauen? RP-Soon? Mal gucken. Ich denke mal, die Ersten, die einen Multiplayer rausbringen dafür, wird 5M sein. Lumos. Reparo. Revelio. Reparo. Merkensprüfungen kriegen mich nicht klein. Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. War ich schon mal in so einer Dungeon drin? Wingardium Leviosa. Hat der im Steam-Forum gesehen, dass Leute mir Coda für suchen? Ja, aber die Leute, die ihn im Steam-Forum oder im Community-Hub nach Coda für sowas suchen, da kann ich's vergessen. Scheiße. Scheiße, wie war das mit den Rätselnummern? Inzünden! Ach ja, das war irgendwas mit Anzünden. Oder... 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 Hochheben? Sieht interessant aus. Revelio. Man kann einfach drauf wetten, welches Song mir das letzte Spiel ist. Klar. Ganz auf alles wetten, Bruder. Aber sollte man nicht. Na, Glücksspiel? Scheiße. Als ob das jetzt nur die Truhe war. Äh... Mister... Mister... Bitte... Beruhigen Sie sich... Mister... Bitte... Achso... Herr Würfel... Schneckst du mit mir oder was? Ne, mit dem Würfel, der dreht hier voll ab. Achso... Sag mal... Junge, kannst du mal bitte runterkommen? Wundervorgen? W... Rebellio. Sag was jetzt? Ne, ich krieg den da jetzt nicht mehr runter, oder wie? Ne, Junge. Schön, dass du mal vorbeikommst. Kutio. Ah! Was ist das? Ein Anhänger weniger, Renrock. Nee, ey, 70 Euro, ne, Junge. Boah. Boom, kannst du nicht. Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte. Rebellio. Rebellio. Oh, Mann. Pompada. Rebellio. Rebellio. dieses kaputte fernglas wurde von mogel zurückgelassen die versuchten einen seltsamen aus den bären aufzuspielen bei dem es sich aber wahrscheinlich um einen demigusi handelt sie könnten beim besten willen nicht verstehen wie etwas so schnell verschwinden zu scheinen konnte hat man das heißt hier ist die eine der welt schule da bin ich sauberer kollege mutterne mutterne leider ich weiß was das bedeutet eine prüfung merlitz geht mein freund schuft es gut schön dass du mal vorbeikommst geht's immer gut hoffe die auch klar oh Ich habe nur Befehle ausgerührt. Beschuldige doch bitte jemand anderen. Du bist fürchterlich unterliegt. Ich bin dir dessen nicht bewusst. Kulti. Ich weiß nicht, Schalpes. Ich wollte gerade Da Vinci sagen. Welche Magic Spots sind das, was ich gerade gemacht habe? Diese Magiespuren suchen? Fokus der alten Magie. Das sollte ich untersuchen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Imperium. Revello. A resto momento. Bombarder. Gefindung. Grazio. Ach, das mit den Gegnerwellen? Du meinst die Arena? Incentio. Revello. Was ist denn das hier? Revello. Und jetzt? Arresto, Moment. Das ist so Magie-Spot. Du drückst da F und dann kommt das alte... Ja, das habe ich doch gerade gemacht. Und dann musste ich so alte Magie suchen. Da habe ich aber erst, glaube ich, zwei Stück gemacht von... Revello. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Endlich 34 gibt es eh nur. Ich gleich auch. Aber das gleich dauert noch ein bisschen. Und dann Abschlussfeier. Müssen wir mal gucken. Oh Gott. Wir müssen hier mit der FPS los, Junge. Revello. Was bedeutet, ach, hier ist so ein Ding, so ein seltener Gegner, ne? Du wirst bereuen, hier zu sein. Hier ist Kofi. Auf dem! Was ist das? Ja, ja, die bringen die alte Magie. Ich weiß. Zwei Stück habe ich davon erst gemacht. So. Voldemort hat seine Skillpunkte echt falsch verteilt. Ein Astronomie-Altar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Muss doch hier sein. Irgendjahr wird es los mit mir. Pendeluhr, das ist aber kein Sternzeichen. Amit war bestimmt schon mal hier. Rebellion. Rebellion. Da wünsche ich, bist du auch schon komplett durch. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Doch ist es. Ja, vielleicht kann nur sein, dass er den China ist. Konfliktum. Rebellion. Konfliktum. Und die haben doch da diese... Ja, der Maus und so. Oder ja, das Affen. Oder Mila? Ja, du bist mir auch schon ein Affen. Rebellion. Ja, ne und? So, warte mal, was haben wir denn? Wir haben... Das ist aber ziemlich weit weg. Rebellion. Boah. Alohomora. Mann, ich will disapparieren können. Oder zumindest so fliegen können mit diesem Rauch. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Jetzt sauber. Da mussten auf jeden Fall nur DLCs kommen, Mann. Ich habe jetzt das Weekend damit verbracht. Die Hoku-Stash-TV-Ds von dir zu Binge-Watchen. Mega gut. Dankeschön. Dankeschön. Ich hoffe, du hast Spaß dabei gehabt. Du gehst mir, Demi. Das sind Demi, guys. Den baue ich. Und nicht verpassen, wie du die von gestern hast. Das war sehr, sehr wild. Also wegen der Story halt. Das freut mich, wenn du Spaß hattest. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Jetzt gerade machen wir so ein bisschen Aufgaben. Bisschen klauen. Damit wurdest du gerade fertig. Ich habe ein bisschen verkackt beim Endkampf. Also der war nicht so schön anzusehen. Auch ein bisschen überfordert. Aber der Kampf war an sich sehr sexy. Also der Schluss von dem Spiel. Von der Main-Story. Boah, ich finde hier die ganze Zeit für die Zauberstäbe, Mila. Wie, äh, den Boden dafür. Die Halterungs-Dings. Schon ganz viele. Oha, welch angenehme Überraschung. Das mache ich jetzt gerade, damit ich mehr Platz habe für Dings. Weil wir müssen noch ganz viele Dungeons erledigen, da wo wir ganz viel Gehlen lopen. Damit wäre das erledigt. Griffe, Bodenhaltung. Mann, Griffe. Lass mich in Ruhe. Warum werde ich die ganze Zeit immer nur gedisst? Könnt ihr nicht einmal lieb zu mir sein? Ich habe euch nichts getan. Ehrlich. Reveillon. Voll gemein. Hier ist auch wieder so ein Magie-Ding. Das 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 war nicht allzu schwer Wir sind lieb Ich lasse jetzt einfach meinen Hass An den Oberfingern hier raus Und sammle ihre Trollpopel ein Die habe ich mir nämlich verdient Die Trollpopel Hallo Flying Star Mila, die Oma ärgert mich schon wieder Weil die immer böse zu mir ist Und ich weiß gar nicht warum Weil ich bin so ein lieber Kudis Bin immer lieb Inzende Repare Reveglio Accio Reveglio Und den Rest von heute Einen schönen Abend euch noch Und viel Spaß Dankeschön Schöner Devas Freut mich Bye Nix gemacht Ja ja komm Den hier achte das wieder Ach komm wir machen das eben Habe ich Mitschüler in der Presse bestohlen oder sowas Nein Naja aber schlimmer Ärgerst den größten Zauberer der Welt Der Frage ist Jetzt war das hier aufgegangen Da kritzschnecken Ja super Reveglio Bombarder Reveglio Mila ist die größte Hexe Ich bin der größte Zauberer Ganz einfach Und ihr seid nur am Ärgern Wer hier wohl wo Reveglio Habe mal als ob ich noch nicht hier eingebrochen bin Mal Platz da Selber Duplo Ich sollte hier absteigen Ich weiß was das bedeutet Eine Prüfung Merlids Schade ich dachte echt die ganzen Rätsel sind alle unterschiedlich Das war gar nicht so knifflig Merlid Möbel Hey, hello Wolf. Wolfie. Das könnte gefährlich werden, wenn ich dich nicht aufpasse. Der Nico. Der Nico. Reveilion Bompada Steer, yo, wunder dich nicht Das sind hier alles Bots im Chat und die sind alle böse Die sind quasi nur hier, um mich zu beleidigen Reveilion Hm, schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird Nödelmö Also wie immer, ja Wie immer Du hast angefangen, haltet alle die Schnauze Ihr seid kacke Oh Pompada Riveilion War klar, dass ein Kräuterkundler Teufelsschlägen verwendet Riveilion Darf doch wohl nicht wahr sein Der U-Fatroll, der ist ja voll der Boss, Junge Okay Eigentlich dürfte ich die nicht benutzen Das ist ja schon viel zu easy Eigentlich dürfte ich die Unverzeihlichen nicht benutzen Aber macht zu viel Spaß Ein Sarkophag Das muss Marmaduke sein Sieht aus wie Merlin, Alter Das sollte den Fluch umkehren Hoffentlich Aber Riveilion Ob hier nix mehr ist Ja Marmaduke hat jedenfalls mehr hinterlassen als nur Pflanzen Bombada Riveilion Riveilion Bombada Quidditch Ausrüstungsregal Cool Warum ist das hier? Rebellion. Hm. Findest du Mr. Liquorin? Oder die Kahn? Kann es sein, dass das Wappen zurück an seinem Platz ist. Ich hoffe, es hebt den Flug auf. Rebellion. Ich bin der Kahn. Ich bin der Kahn. Ich bin der Kahn. Rievelium. Hm, wirkt wie ein nettes kleines Erd. Sei stark, Alexandra. Ist alles in Ordnung? Wenn das Dorf sie geschickt hat, um mit mir über... über... ich weiß, was ich zu tun habe. Es kommt nicht oft vor, dass man seinen Troll einschläfern muss. Ich muss das erst verarbeiten. Ihr Troll? Was meinen Sie damit? Ich dachte, deshalb sind Sie hier. Oh. Tut mir leid. Wenn man so viel Zeit mit Trollen verbringt, vergisst man seine Manieren. Ich bin Alexandra. Ich wollte nicht unhöflich sein. Da Wrenwoks Bande überall ist, dachte ich, das Dorf braucht besseren Schutz. Aber mein Plan ist nicht aufgegangen. Ich habe mich doch entschuldigt, als er gestern fast das halbe Dorf zertrampelt hat. Er braucht nur Zeit. Aber keiner kann ihn leiden. Sie finden es verrückt, dass ich einen Troll trainiere. Unmöglich sogar. Auf jeden Fall erfordert es eine Menge Mut, es zu versuchen. Danke für Ihre Worte. Ich wünschte, andere würden das auch so sehen. Aber ich verstehe, warum alle so besorgt sind. Wieso habe ich mir nur in den Kopf gesetzt, ihn abzurichten? Hätte ich nur von Barnabas, dem Bekloppten, gelernt. Aber mein Troll ist mein Problem. Ich will ehrlich sein. Ich habe Angst, dass ich ihm nicht gewachsen bin. Er ist stärker als andere Trolle, mit denen ich zu tun hatte. Wüsste ich nur jemanden, der das für mich übernehmen könnte. Jo, ich springe ihn um. Kein Problem. Das klingt nicht gerade verlockend. Aber ich denke drüber nach. Oh nein, damit habe ich doch nicht Sie gemeint. Sie sollten das Gebiet südwestlich von hier meiden. Zumindest bis ich den Mut habe, zu tun, was getan werden muss. Ich springe ihn um. Kein Problem. Wo muss ich hin? Jawohl. Ein wilder Troll in Dorfnähe. Das könnte böse enden. Du bist wohl Alexandras Freund. Grazio. Konflinco. Incentrum. Ich bin... Junge. Ich bin... Junge. Ich bin... Das ist halt so dumm mit diesem Double Jump. Bombard! Expelliarm! Schnauze voll! Ein Shiny dabei, ne? Warum bin ich jetzt schon wieder ein Ärgerer? Ja wie, jetzt kriege ich Ärger, wenn ich Avada Kedava benutze? Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Ihr Handbuch ist ja... Ich musste meinen bestesten, allerbestesten Freund dafür nach Asgaban schicken, ja? Damit ich diesen Zauber überhaupt erlernen konnte. Ne, warte. Ich habe ihn von ihm gelernt und habe ihn nach einer Asgaban geschickt, damit er keinen verpetzt. Und dann darf ich den nicht mal benutzen, sagt ihr? Klappe! Wenn ich da nichts dafür bin, dass ich der beste Zauberer bin. Ich habe deinen Troll zerfetzt. Das war's Alexandra. Ich habe es getan. Mein Troll? Was? Oh, da fehlen mir die Worte. Die bedankt sich dafür, dass sie ihn Troll getötet hat? Ich wünschte, es wäre anders ausgegangen für ihn. Ihn abzurichten war völlig aussichtslos. Er hat die ganze Zeit versucht, mich zu töten. Er hat die ganze Zeit versucht, mich zu töten. Herr Lee, gut, dass sie unversehrt sind. Sehr mutig. Ja, du musstest dann nochmal hin und dann betteln, dass er dir den beibringt. Oh mein Gott, ich musste überhaupt nicht betteln. Mein bestester Freund, den hast du angebettet. Den, den du im Knast gesteckt hast? Ja, und er hat seinen Onkel getötet. Kranke Saudi. Ich habe ihn nicht verraten. Die Leute im Dorf hatten sich schon einen Namen für denjenigen ausgedacht, der meinen, ich meine, diesen Troll besiegen würde. Es war natürlich irgendwas mit Troll. Troll schlechter, Alter. Schlechter? Abgeschlachtet habe ich den. Ja, genau. Das ist wohl jetzt ihr Name. Ich brauche etwas Zeit für mich. Aber danke. Von ganzem Herzen. Kein Problem. Für den Mord bin ich immer da. Ich XP? Der Troll schlechter. Oh, ich habe einen Tollbude bekommen. Das klingt doch schön. Rivelion. Ja, ich bin ein Mörder. Bombarder. Ein Mörder bin ich. Das klingt doch schön. Oh, ich habe einen Tollbude bekommen. Ja, ich bin ein Mörder. Ein Mörder bin ich. Ich glaube, ich werde Basti auch verraten. Er wird richtig zum Hubern Bock. Ja, ich sag, wie das? Was für Azkaban. Ich habe mit den Lehrern zusammen... Vor den Lehrern habe ich unverzeihliche Flüche genutzt. Und die haben nichts gesagt. Weißt du, warum? Weil die dummen Wichser mich brauchen. Die brauchen mich. Ja, und Schiss haben die. Ja, we. Soll ich das hier öffnen? So. Rebellion. Soll ich das hier öffnen? Soll ich das hier öffnen? welchen impact hat die waldes haus auf die story du hast bei haffe paar von sliverin und gryffindor nur ein paar unterschiedliche main quest aber sonst eigentlich nichts ich würde dir sliverin empfehlen oder also weiß ich nicht was die für eine besondere haben wird in dem film auch komisch gehandelt alle zaubern damit rum aber keiner geht in den knast die unverzeihlichen flüche werden doch nur von den todessern benutzt und einmal von harry im zauberministerium kutzi of bellatrix ist strange und dadurch dat weiß ne aber wahrscheinlich wurde er nicht richtig ausgeführt weil er nicht wollte du musst ja um die unverzeihlichen flüche wirken zu können musste das ja wirklich wollen und vielleicht durfte der hat einfach keine ahnung warum habe ich eigentlich die ganze zeit diesen besen boost in der verbesserung wahrscheinlich ne ja oma ich sage ich gebe das ja nicht nur so vor ne ich mag das heliport universum das sollte ich untersuchen stimmt unimperio genau bei gringotts damit bellatrix des strange an ihren dings kommt also hermine mit dem viel saft trank ich sollte hier absteigen du bist hier das will das total wie man sieht hey ich mag das universum ehrlich würde das zauberer mmo pg geben würde ich nie wieder gta es hat einige stunden und viele unleserliche karten gebraucht aber ich glaube das ist die höhle von der doran sprach beeindruckend vor allem wenn man bedenkt wie wenig er uns gesagt hat ganz sicher bin ich immer noch nicht aber diese passte am besten ich habe geschichten über eine höhle in der gegend gefunden und ich ignoriere dich immer noch etwas wertvolles zu sein dass ich mit dem feind verbrüder vielleicht weit her geholt aber könnte ein geheimnisvoller gegenstand wie der monge ich hier mein herz ebenso geheimnisvollen höhle versteckt sein ich klammere mich an jeden anhaltspunkt aber wir schauen uns in der höhle um wenn wir schon mal hier sind können wir uns auch um für die eulen das stimmt wer ist der feind weiß wer der feind ist ob man wohl erblindet wenn man direkt auf einen mondstein blickt gibt es hier auch den harry podcast von cold mirror in dem sie alles erklärt naja also kann ja wusste ich gar nicht dass es den gibt chat macht eulen veränderung werde ich mir mal anhören danke ist der denn gut ruhe poten du glaubst die gerüchte über die höhle doch nicht oder ich bin cobalt spiel wer ist der feinde chat weiß das nicht das sind doch dinge die nie im stream besprochen wurden oder besprechen besprechen werden du bist der feind ab sofort dabei dachte ich du bist mein cousin ja das bist du das ist fähre ich mir vielleicht noch einmal an das ist erst gucken dahin du bist ein glück kommen noch nicht cool sind kommen noch nicht in meinen stream lücken schon ja schon mal drehen wir machen nicht bitte knöterich zweig ich will auf schein im munkern aber warum auch den bilder wurde sagt man nur vom essen da ist wohl was großes wird die vögel verscheucht so müssen die gerüchte über die höhle begonnen haben dieser trend muss auf weil ich ja trennt achio wenn der monstein hier ist und die fuhrer auch mutter mein ghetto kracht ob ich dachte kann man kaputt machen ich habe das gelesen aber ich bin manchmal zu vertreibt warum bin ich nicht überrascht erst die fuhrer und jetzt das wir machen erst die auf und zwar ist geht ja gar nicht das war falsch hä wo ist denn dieser kreis also sind wir kommen müssen wir erst noch klären oder ich weiß nicht ob mein ich lasse meine frau entscheiden achio lumos so noch ein hindernis egal ich bin sicher wir finden einen weg hinüber akio akio kärbel wie kommt man dann wieder da hoch Wahrscheinlich mit dem Strudel Wir müssen das Wasser irgendwie stoppen Dafür müssen wir hier runter Ich hab arabischen Rücken, ja Nila, bist fit? Ja Wirklich nix arabisch Bombarder Wieler immer fit Muss los, Superbowl, Schnucki Schreib mir, wenn ein Trend vorbei ist Ey, viel Spaß beim Superbowl Das war klar Riebelium Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Wieler ist Das war's Das war's Das war's Das war's schicken wings machen sich nicht von alleine ich hoffe vegetarische ich liebe dieses spiel es ist das beste spiel open the door please hier war ich doch vorhin ja toll hier ist immer nur wasser was ist denn wenn ich hier das kann ich deren ernst sein ich kämpfe mich da und durch die katakombe weiter für ein paar goldtaler setzt mein leben aufs spiel alles okay justin we have a problem ne haben wir nicht lumos habe ich schon gesagt habe ich schon wieder finden nach elf haben wird mir überhaupt über irgendeiner noch zu bin ich halt alleine ich hatte gehofft wir müssten das nicht noch mal tun ich habe hier Achir! Epidem! Hm. Arretion! Protekon! Stoop vor! Epidem! Hallo? Was? Komische Stimme aus dem PC? Wer hallo? Komisch? Noch nie gehört. Hm, 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 hm. Scheiße. Noch wieder so viel Stuff dabei. Den grünen Stuff können wir alle ruhig schmeißen. Geil! Wirklich. Ach, kein Nestero. Weisen die Hurt. Ich hab schon wieder... Achso, den Mondstellen zu noch finden. Ja, ja, genau. Wegen dem Schnatzer. Boah, wird schön. Ein großer Baummühle mitten in Berghöhle. Das wird schön. Ich werde ihn abreißen, klein schneiden und Ikea-Tische draus basteln. Das werde ich tun. Incentive! Bei dem, was Rupa anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Also, ich weiß ja nicht. Ich höre ihn jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Das heißt, wir sind Ihnen einen Schritt voraus. So ein schönes Spiel. Wir haben ihn. Als würde man direkt in den Mond schauen. Sieht aus wie ein riesengroßer Nierenstein. So, wir haben, was wir wollten. Revely. Neben vom Steinkreis. Boah. Voll cool. Die Animationen der Vögel sind zwar ein bisschen scuffed. Aber schön. Komm, Puppi. Gut gemacht, Puppi. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Ne, Kunden müssen wir nicht. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Gucken, wie so ein Schnatzer überhaupt aussieht. So eine Kacke. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Es hat besser was mit dem Schnatzer zu tun. Was es auch ist. Es hat besser mit Schnatzer zu tun. Guten Abend. Was das betrifft, trennt uns die Zeit davon, oder? Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Ich hätte hier schon mal Gedanken darüber gemacht, wie wir da rüberkommen sollen. Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht jeden Slipperman bin ich. Ich glaube, wieder mal wieder Zeit für den schönen Umhang, oder? Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Luros. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Ja, Oma. Statement, bitte. Was ist das für den Umhang? Du musst die 16 Hausschlüssel finden in Hogwarts. Dann machst du die Kiste auf und dann kriegst du den Umhang für dein Haus. Der von Slytherin ist richtig sexy und der von Ravenclaw auch. Mach das, wenn du mach das. Ich hab irgendwie die Befürchtung, dass wir komplett falsch laufen. Ist richtig. Ja, Mats, dann letztlich auch. Auf, auf. Auf, auf. Auf, auf. Auf, auf. Auf, auf. Oder bin ich jetzt wirklich im Kreis gelaufen, Alter? Ich, oh Gott, mich kannst du so wegtreten, ehrlich. Ich bin der Schlimmste. Ich bin so ehrenlos, Alter. Lumos. Lumos. Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Ich denke, wir können ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Boah. ist ein Vogel gewesen auf dem Boden. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? Nee. So etwas passiert nur bei Vollmond, obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass wir ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Das war ein Vogel. Kannst kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon zwei Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Doch, Schüler Töcher. Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa fünf Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stämme aus einer Wildererfamilie. Warum hast du mir das nicht eher gesagt? Nach allem, was wir durchgemacht haben. Tut mir leid. Ich habe oft darüber nachgedacht, aber ich schäme mich dafür, wer ich, wer meine Familie ist. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Kannst dich alle retten. Ein Mensch allein kann nicht alle retten. Ich kann es versuchen. Und ich hatte ja auch etwas Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Dorit. Als Maul-Uni-Klinik, Alter. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Ja, wo ist denn der? Hä? Ach so. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Du hast dich mal angefangen, zu zeichnen, du Lügnerin. Ein Vogel. Mila, die sagen im Chat alle, dass ich mit den Mpcs flirte. Stand im Tagebuch nicht. Der Schlüssel zu den Schnatzern. Sei das Mondlicht? Was soll das denn jetzt heißen? Das ist es. Wer hat denn noch einen Crush auf Professor Flitwick? Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist, das ist das ganz andere. Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Nee. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeholt haben. Na gut. Ich bin bereit, wenn du es bist. Kacke. Ihr seid kacke. Dann habe ich einen Crush auf Garlic. Okay. Ich habe auch einen Crush auf Garlic. Das ist okay. Du auch. Ja, ja. Ja. Ach so. Immer noch kein Level Up. Jetzt gehe ich aber gottlos auf. Oh Gott. Wir sind hier. Alohomora. Ich wusste gar nicht, was das in der Mauern tun sind. Professor Garlic. Da wird die Weasley aber sauer werden. Das sage ich euch aber. Librioso. Rage, du bist mein Freund. Du stehst hinter mir. Weasley, die alte Schachtel. Oh, wir können da unten wieder ein Duell machen. Das machen wir gleich. Nee, warte. Machen wir jetzt, dann kriegen wir XP. Ziehe ich die kurz ab? Weasley, die alte Schachtel, Alter. Auf allen Besen lernt man fliegen. Oh Gott, das ist ein Lehrer, gegen den ich antreten muss. Sie sind mein Gegner im Akio-Duell, Professor Ronan? Der bin ich. Auch Professoren dürfen sich hin und wieder amüsieren, wissen Sie. Wer weiß, dass ich unverzeihliche Flüche genutzt habe, ne? Der sollte mal ein bisschen mehr Respekt haben vor Theodore Higgins. Aber natürlich, ich freue mich auf ein Duell mit Ihnen. Geht mir genauso. Ich spiele schon seit Äonen. Sie haben also keine Chance zu gewinnen. Sollen wir trotzdem loslegen? Ja. Ich bin bereit. Na, dann wollen wir mal. Ach du Scheiße. Oh, das gibt hier 100 Äonen. Ich spiele schon seit Äonen. Wir machen alle Fehler. Naja, komm, halt Mohl. Alt Mohl. Ich werde die 100 jetzt wollen. Ah! Loser. Achio. Der kann ja gehen. Was ist denn der für einer? Gut gemacht. Scheiße. Achio. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Du dreckiger. Trotzdem in Führung. Loser. So behandeln Sie Ihren Professor? Ja. Junge, natürlich. Ein solches Können in Ihrem jungen Alter. First try, Chad. First try. Hab ich den zerbombt, Alter. Sehr gut. Sie haben mich in meinem Spiel geschlagen. Und who's the MC Max? Vielen lieben Dank für den Wieser. Im 13. Monat. Letzter Sub. Lange her. Aber ich loke schon drei Tage. Dankeschön. Ich bin Naturtalent. Tja. Jetzt können Sie mir wohl nicht mehr viel beibringen. Es gibt immer etwas zu lernen. Sehen Sie? Ich habe Sie etwas gelehrt. Als neuer Akio-Duell-Champion haben Sie ein Zeichen der Anerkennung verdient. Hab ich auch. Die Pär. Werden Sie nur nicht übermütig. Das bekomme ich. Boah. Handschuhe des Champions im Akio-Duell. Und Level Up. Komm schon. Sauber. Ja. Und 185 Treuepunkte habe ich bekommen. Und jetzt, meine Freunde. Jahresabschlussfeier. Ja. 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 Ich habe jetzt auch die Maske des rechnenden Wolfs, Mila. Wollte ich dir nur gesagt haben. Ganz schön lange für gebraucht. Besser spät als nie. Ja. Also, halt Mohl. Nö. Du bist auch gemein. Hab ich denn hier schon wieder... Ich bin beeindruckt von unserer Leistung. Die letzte Verbesserung ist besser, als selbst... Als selbst ich es erwartet hatte. Schauen Sie. Oh. Die Verbesserung ist da. Ja. Und das haben wir schon. Das haben wir auch. Kennst du das Dorf Irondale? Es liegt südlich des Schlosses. Ich glaube, die Höhle, in der Dora und den Mondstein suchen. Haben wir doch schon. Das ist egal. Das gehen wir eh verkaufen. Talente. Haben wir drei. Was wollte ich denn nochmal skillen? Das nicht unbedingt. Das auch nicht unbedingt. Das gehen wir. Brauchen wir auch nicht. Weil der Raum der Wünsche nochmal. Hey, du hast tanken, was hier verbunden war. Ja, den benutzt du eigentlich nie. Das ist super strong. Wir haben ja gar nicht mehr so viele. Hä, wir können... Wir können ja super viel skillen. Warum macht man sich denn überhaupt Gedanken darum? Ach, warum bin ich denn hier hingegangen? So ein Schmuck. Müssen identifizieren. Und dann verkaufen. Und dann zur großen Halle. Diek findet, sie haben hier große Fortschritte gemacht. Danke, Diek. Zwei Sachen besser als meine. Alter, kommt doch bestimmt noch mehr. Boah. Fünf Sachen sogar besser. Wir können alles austauschen. Hallo, Autopsie. Und jetzt können wir zum ersten Mal hier gucken. Oh, zehn Mondsteine. Das ist cool. Das hat sich gelungen. Das lohnt sich nicht. Ja, schau mich an, den Farmer. Tiere gehe ich jetzt nicht machen. Die nehme ich noch mit. Dann kürzt die Klamotentauschen, ne? Da haben wir ja fast alles neu. 92 90 Außer den Hut Außer den Hut Er sieht auch fresh aus. Hast du kein Webstuh dort doch im ersten Raum? Sag mal her. Nee. 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 Ist immer noch der, der schönste hier. Verkaufen und Besenverbesserung holen. Sie können sich ja gar nicht vorschnellen. Und dann auf Abschlussfeier. Grüß, dies. Wenn Sie Schokofräsche gegessen haben, fassen Sie mich nicht sagen. Jetzt schon wieder neue Klamotten. Hatten wir gerade neue Handschuhe bekommen? Welche haben wir, weil wie viele haben wir? Ach, der lohnt sich jetzt noch gar nicht. 34 Ah. Okay. Da ist ja knick. Ich weiß nicht. Okay, ja. Ich nehm! Na dann wohin mit dem Geld? Hallo Mardu, verärksame Zauberpumme. Und die sind die. Ich hoffe so sehr, dass das Wetter sich wieder ändert. So, dann zahm mal her. LDB, Alter. 7.500 Gold. Glauben mal. Ugli. Wie du verkaufst mir jetzt den Schrott und dann? So, den Besen haben wir durchgespielt. Wie viele Dings habe ich eigentlich im Monde schon? Sechs. Wie viele muss ich holen? 13. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Jo, drei Besenverbesserung habe ich. Warte mal, den kann ich ja noch gar nicht. Wo habe ich denn den hier? Wie neben dem Feuerblitz. Ist der jetzt so viel schneller? Oder lässt er sich jetzt einfach besser lenken? Let's there. Hier kommt der Mazda. Rebellion. Alohomora. Ah, wer von euch guckt denn heute alles in Superbowl um halb eins? Sind das viele? Chat? Bitte beantworten. Wer guckt Superbowl? Eins plus plus? Nee, Ike. Nee, yes. Hat doch schon ein paar, ne? Schade, dass man auch hier nicht sieht, wer gerade... Wohl. Pufferpuffer ziemlich viel. Ravenclaw überhaupt nix. Und Slytherin auch nicht. Warum sind die denn am Gewinn? Das gibt... Das kommt bestimmt auch in einem neuen DLC. Dass man irgendwie so Aufgaben erledigen muss, damit das Haus am Ende gewinnt und so. Hundertprozentig. Merke euch meine Worte. Und das Trimagische Turnier. Lumos. Ich zack auf PC hin bei Tony. Ich hab's da freigenommen deswegen. Nur falls du aufgehst. Ja, ich bin gerade am überlegen, ob wir dann so jetzt gleich irgendwann Schluss machen, weil es ist ja wirklich nur Sidequests und Sammeln. Und dann kann jeder in Ruhe den Superbowl gucken gehen. Boah, ein Unicorn. Boah, ein Unicorn. Leidenfisch Spines. Ridiculous. Mal gucken, ob er dem kommt. Jetzt zeigen sie nicht mehr. Ich glaube, dass ich 300 Menschen getötet habe. Bin ich aber immer noch sehr happy. Boah, hab ich mich in Schale geworfen. Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Rippendor gezahlt. Überhaupt nicht, Tony. Haffelpaar. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Haffelkoff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Und die Ambition von Slalazar. Flöwe. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Haffelpaar. Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Hellenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Ja, ich natürlich. Wer sonst? Kriegt eine Auszeichnung. Nun, das scheint mir doch auf jeden Fall... Sagen wir mal... 100 Punkte für das Hauswert. Slytherin gewinnt. Finden Sie nicht auch... Slitherin. Ah, ja. Danke, Professor Weasley. Wir haben wohl einen Gewinner. Ja. Ja. Da hat sich das Morden gelohnt und das Verraten meines besten Freundes. Wer seid ihr? Ich kenn euch gar nicht. Alles leuchtet in grün. Ja, ich hab den Asgobar geschickt, den Sebastian. Wir haben gewonnen. Ja, ich hab den... Oh, sogar mit Abspann. Ich hab Sebastian nach Asgobar geschickt. Soll ich dich spoilern? Spielst du selber? Das Spiel ist offiziell mit Hauptstory zu Ende. Nur noch nicht 100%. Die Grove hat einfach Hogwarts übernommen. Ja, du kannst... Der Sebastian tötet seinen Onkel. Mit Abadakedawa. Und du kannst ihn später... Kannst dich dazu entscheiden, den zu verraten. Beim Schulleiter oder nicht? Und durch das Verraten landet der dann halt in Asgobar. Und nachdem der mir alle unverzeihlichen Flüche gelehrt hat und so, hab ich ihn am Ende verraten. Also ungefähr 45 Stunden. Aber ich hab auch viele Sidequests nebenbei gemacht und erkundet und so. Ich denk mal so 30 Stunden ist die Hauptquests, wenn man nur die macht. Richtig, richtig cool. Ach, ich schick dem Sebastian ne Eule. Und schick dem paar Süßigkeiten mit. Wer wird da schon mit fertig werden? Sein Leben lang jetzt in Asgobar zu sitzen. Das Spiel ist noch lange nicht Ende, Werner. Ich hab noch super viele Quests nicht gemacht. Und Sachen erkundet. Guck mal, der Eliud Hase war auch dabei. Äh, Himbeer-Toni, hast du Raytracing an? Immer Sahne-Cookie, immer. Ich geb mein Bestes. Du musst ja quasi neben Chris machen, um in der Hauptstelle voranzukommen. Das stimmt schon. Aber da sind noch welche, die ich noch nicht gemacht hab. Weiß man eigentlich irgendwelche Background-Infos zu deinem Charakter? Äh, ja. Der ist 30 plus und ein paar Mal sitzen geblieben. Deshalb bin ich in der fünften. Und seh aus wie 30. Lukulor. Ich geh bei Springen. Raytracing hab ich als erstes ausgemacht. Ja, das hat auf jeden Fall aus. Und ansonsten hab ich nur... Äh, weil das Spiel so... Dingsprobleme hat. V-Rahmprobleme, glaub ich, hab ich gelesen. Schatten auf Mittel und Texturen auf Mittel. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ein bisschen Dings. Und alles auf hoch, natürlich, ne? Anstatt auf Ultra. Und ich spiele in 2K. Und, äh, DLSS ausbalanciert. Könnt ich aber auf Qualität stehen. Aber das Spiel sieht so auch schon gut aus. Und Bewegungsunschärfe natürlich aus. Ja, das macht aber Kopf. Ich hab ne 2080. Die ist eigentlich... Boah, hab ich mir noch gar nicht angeguckt. Warte mal. Ja, die läuft auf 42%. Und CPU mit Stream zusammen. Ich streame über die CPU. Auch so 45%. Also ist noch lange nicht am Limit. Und hier hab ich jetzt gerade 112 FPS. Geht aber runter bis 80. Aber das ist absolut fein. Nur in der Mitte von Hogwarts. Droppt da manchmal bis nur 30 runter. Was für ne CPU? Boah, Bruder, Engel Ryzen. Musste mal unterm Stream gucken. Hab ich das noch verlinkt. Da kam doch letztes Mal was, als ich hier. Geh, ne Schock. Ich hoffe, dass dann wieder noch ein Treiber-Update macht. Machen die auf jeden Fall. Da werden auch mit hundertprozentiger Sicherheit noch Patches kommen. Die die Performance noch verbessern. Haltmole. So. Wir brauchen noch. Wir müssen die Mone noch sammeln. Ne. Mann, du bist nicht Frau Garlick. Die Wick. Dachte ich mir. Das St. Mungo-Hospital hat mir schon gesagt, dass die Füße meines Bruders wieder normal aussehen. Ich bin dir unendlich dankbar. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Mühe gemacht. Ein Troll hat mich angegriffen. Ich bin auf einen Troll gestoßen. Ein Troll? Oh, tut mir so leid. Wie furchtbar. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Gruft. Aber das wundert mich nicht. Mama Duke war wohl schon immer für eine Überraschung gut. Das stimmt wohl. Ich sollte wohl gehen. Ich will unbedingt zu meinem Bruder. Der wird sich freuen, seine Füße wieder zu haben. Natürlich. Arbeitsspeicher ist halt sehr, sehr wichtig für das Spiel, ne? Wir müssen dich stehen für immer in deiner Schuld. Ich benutze gerade 18 GB Rahmen. Danke nochmal für deine Hilfe. Rahmspeicher ist super wichtig. Ja, Rahmnudeln, Rahmnudeln. Los, Frau Garlick. Ihr Handbuch ist ja wirklich... Frau Garlick? Ja. Ja, Frau Garlick, sind Sie stolz auf mich? Ja, was? Ja. 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 Ja, ein Schluck. Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Professor? Natürlich. 3.000, ne? Die kann es noch hochtecken im BIOS, ne? Ich freue mich noch und gebeten, Ihnen einige Aufgaben zu geben, damit Ihre Studien auch außerhalb des Klassenzimmers gedeihen. Wenn Sie alle abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen Flipendo beibringen kann. Hat? Hat noch Flipendo schon? Miele, ich trinke mit Frau Garlick einen Tee. Die ist richtig am Slurpen. Ja, aber die macht Slurpy Burpy. Guck mal, wie ich die angucke. Gibt's super viele, die einen Crash auf die haben. Hab ich auch schon bei Reddit gesehen. Havada Kedavra! Glück, Alter. Mach dich weg. Mach dich hinfort. Das ist noch eine Kiste, die brauche ich, aber die ist bestimmt nicht hier. So, ich muss noch eine ganze Menge Zeug suchen. Wahrscheinlich. Wie romantisch zwischen den Sternen herum zu fliegen. Mein Professor Shaw sicher auch. Erstmal speichern. Ich glaube, ich mache heute Abend eine Spritztor auf meinem Besen. Gut, um den Kopf frei zu bekommen. So, 43 Stunden haben wir. Da kann man locker mal fünf Stunden von abziehen. Ah, wo sehe ich denn jetzt noch, was ich für Questen habe? Hier ist einer. Da sieht man dann auch, ob man die Statue geholt hat. Handbuchseiten, hier sind zwei. Aber das ist ja eigentlich nicht mehr interessant, ne? Was denkst du über den Wiederspielwert? Also quasi an das Haus nochmal rein? Und würdest du sagen, er meh? Ne, werde ich sogar tun. Nur nicht halt onstream, ne? Oh Gott, da fliegt ein Drache. Mit drei Polygon. Ähm, werde ich auf jeden Fall tun. Und dann noch auf schwierig. Aber erstmal mache ich einen Charakter fertig. Ja, und das ist die ganze Map. Das ist gar nicht mal so klein. Immerhin, Bettino, immer. Viel Spaß beim Spielen. Und jetzt werden wir mal den Weltrekord ohne Verbesserung gucken, wie schnell wir da sind mit Verbesserung. Mit allen drei. Ja, ich possibile. Ja. Super! Perfekt! Das gefällt mir schon viel besser! Geschafft! Das waren ein paar Sekunden! Das waren echt ein paar Sekunden, die Verbesserung bringen echt super viel! Rebellion! Ja, ja, ja! Ja, ja! Absolut, nein! Bist du auf deinem Main-Corrector oder was? Ja klar, ja klar! Mach hier so ein bisschen meinen Tüdelkrams! So, Chat, ich würde sagen, dann machen wir Schluss für heute! Dann könnt ihr Superbowl gucken gehen für die Leute, die es interessiert! Da komme ich aber ein bisschen früher ins Bett heute! Sehr angenehm! Nach fünf, sechs Tagen gehen Tag acht, neun, zehn Stunden streamen! Dann kann ich mir gleich auch noch was zu essen machen, dann gucke ich mir auch den Superbowl an! Ja, wie, wie! Hä? Halbe Stunde! Ich habe doch gerade schon gesagt! Ja! Die Frage ist jetzt, soll ich Hogwarts in Ruhe lassen und soll ich dann nochmal, ähm, weil morgen ist frei und Dienstag ist Zahnarzt, da werde ich wahrscheinlich nicht quatschen können abends! Ähm, Mittwoch. Soll ich am Mittwoch dann einfach weitermachen? Und die letzten, also die Sidequests alle machen im Stream? Oder sollen wir wieder in eine Pommes gehen? Ja, die jetzt zugucken, Superbowl. Aber ich will ein bisschen chillen, Bruder. Ich bin Energie-Bisschen-Kabäck. Ich schreibe der Erste schon. Pommes, RP, RP. Okay, müsst ihr euch weitermachen. Pommes kann warten. Ja, das müsste ich auch nochmal kurz anmelden. Das Rasterlot. Ach, ich kann mich ja spontan entscheiden. Gucken wir mal. Pommes in der Woche. Wir können ja gucken, was dem RP abgeht. Und wenn da wirklich keiner da ist, Alter, dann gehen wir die Sidequests machen. Weil wegen Rasterlot und so glaube ich nicht, dass viel... Zumindest hat der Pinsel mir gesagt. dass sehr, sehr viele von Sektor da spielen gehen werden. Da müssen wir mal gucken. Bis dann, Rage. Und vielen lieben Dank für das Dabeisein schon wieder. Und Dankeschön für den Support. Danke für alles. Das war eine unfassbar coole Woche mit Hogwarts. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ja, Heil und Rasterlot überschneiden sich gerade. Ja. Wir gucken, wir gucken. Wir entscheiden dann. Kann uns sein, dass ich am Dienstag schon wieder da bin. Wenn das nicht so schlimm wird. Wunderschöne gute Nacht, falls ihr schlafen geht. Ansonsten viel Spaß beim Super Bowl. Wir hören und lesen uns. Danke für den Support. Danke für alles. Bye, bye, bye. Tschüss, Chat, bye. Bye, bye, Chat, bye, bye. Gute Nacht. Bye, bye. Bleibt gesund und lasst euch nicht anquatschen. Bye, bye, bye. Ich gucke Super Bowl gleich, ja. Deshalb mache ich mir jetzt da zu essen. Und dann chill ich und dann gucke ich dir. Bye, bye, Chat, bye, bye. Eins. Bye. Bye. Bye, bye. Drei. Bye, Chat, tschüss. 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 Bye, bye, mach gut. Mach gut. Gute Nacht.